Moin moin Leute, ich bin der Neko und ich bin zurück von den Toten. Also machen wir jetzt endlich mit dem Remake zu Resident Evil 2 weiter und wagen uns heute mit Leon in das B-Szenario. Das heißt, wir erleben das Spiel jetzt von einer etwas anderen Perspektive, mit ein paar Schlüsselgegenständen, die wir jetzt woanders finden. Hier und da haben Puzzle ein paar neue Lösungen und gelegentlich finden wir Gegner dort, wo sie im A-Szenario nicht aufgetaucht werden. Selbstverständlich wollen wir auch heute wieder den S-Plus-Runger Veteranen haben. Von daher haben wir für das Ganze jetzt zwei Stunden Zeit und wir dürfen wie gehabt, bis zu dreimal speichern. Also, gehen wir es an. Und ja, uns fehlen heute gut 30 Minuten, von daher werde ich jetzt ordentlich auf die Tube drücken und um vernünftig Zeit sparen zu können, nehme ich auch nur das Allernötigste an Gegenständen mit. Bekommt jetzt aber bitte keine grauen Haare, wenn ich immer wieder mal ein paar Sachen liegen lasse. Wir werden mit der Zeit mehr als genügend Ressourcen anhäufen, um locker mit dem Spiel fertig werden zu können. Zudem will ich heute aber auch ein paar neue Boss-Strategien zeigen, denn wir sehen heute die gleichen Pappnasen 1 zu 1 wieder. Wenn ich jetzt die gleichen Strategien zeige wie im A-Szenario, wird das Ganze wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Wie man auch sagen, hier haben wir eine Tür, da können wir noch nicht durch, da fehlt uns noch der Bolzenschneider. Wir kommen gleich nochmal zurück. Hier vorne haben wir ein rotes Kraut, das nehmen wir mit. Und das kombinieren wir sofort mit dem blauen hier drüben. Diese Kräuter-Kombi werden wir gleich brauchen. Aber erst einmal gucken wir uns das ganze Drama hier an. Hier liegen lauter Gegner rum und die werden nicht lange friedlich bleiben. Da vorne ist unser Bolzenschneider und sobald wir den aufnehmen, wachen die Biester auf. Das heißt, wenn wir die Kontrolle über Leon zurückbekommen, hauen wir sofort nach rechts ab und wir bleiben auf gar keinen Fall stehen. Wenn ihr hier auch nur einen Moment trödelt, werdet ihr gebissen und könnt im Prinzip nochmal von vorne anfangen. Die Kräuter-Kombi will ich mir für gleich aufheben. Wir müssen da nochmal durch und da sollten wir 100% Lebenskraft übrig haben, denn die Kräuter-Kombi wird nur unsere Verteidigung verstärken, uns aber nicht heilen. Die Mathilda brauchen wir heute nicht, dafür nehmen wir die M19 mit. Diese Pistole ist ein Sahne-Teil. Sie Stunt-Zombies in Hand umdrehen und sie kann auch ganz easy Körperteile abschießen. Zum Beispiel die Beine und das werden wir heute sehr ausgiebig betreiben. Darüber hinaus haben wir hier auf der Heizung eine Handgranate. Mit der sprengen wir uns gleich den Weg frei. Und hier haben wir jetzt die Munition für die M19. Die können wir nicht selber herstellen, nur finden. Aber die kriegen wir jetzt überall dort, wo wir im A-Szenario Pistolen-Munition finden würden. Last but not least, hier haben wir den Hofschlüssel. Den sollten wir jetzt auf jeden Fall mitnehmen. Ansonsten stehen wir gleich vor verschlossenen Türen und das könnte potenziell tödlich enden. Auch wenn wir uns jetzt mit dieser Kräutermischung buffen. Der nächste Abschnitt ist sehr RNG-lastig. Da kann eine ganze Menge schieflaufen, von daher geben wir hier keine Risiken ein. Den Zombie hier an der Treppe, den stunnen wir. Und wir hauen ab. Okay, die stehen alle schön da hinten auf einen Haufen, oder? Ne, das täuscht. Okay. Nicht weiter schlimm, wir schmeißen die Handgranate in den hohen Bogen und wir versuchen so viele Biester wie möglich drauf zu kriegen. Die sind jetzt nicht zwangsläufig tot. Passt auf, wenn ihr vorbeilauft. Es kann auch sein, dass die Handgranate hier überhaupt nichts bringt. Dann würde ich zur Not zwei Bisse tanken, mich oben wieder provisorisch zusammenflicken. Oder im schlimmsten Fall nochmal von vorne anfangen, weil wir sind jetzt ganze zwei Minuten drin. Das wäre zu verschmerzen. Hier haben wir etwas Pistolenmunition, die nehmen wir mit. Und hier haben wir auch noch ein Brett, das werden wir bald brauchen. Wenn wir jetzt die Feuertreppe benutzen, können wir uns die Schlüsselkarte für die Shotgun holen, bevor wir den Peak-Schlüssel bekommen. Das machen wir. Geht hier auf jeden Fall langsam hoch. Ansonsten bemerken euch die Zombies, bevor ihr zur Tür reinkommt. Und das wird sich spätestens beim Rückweg hin rächen. Mit dem grünen Kraut würde ich mich jetzt zusammenflicken, wäre ich mit der Lebenskraft schon auf Rot. Sind wir aber nicht. Also brauchen wir das Teil an sich gar nicht, aber wir nehmen schon mal mit. Was wir haben, haben wir. Da vorne haben wir noch ein Brett. Das kassieren wir ein. Und wenn wir jetzt in diesen Raum hier gehen, haben wir unsere Schlüsselkarte für die Shotgun. Da wir die jetzt haben, können wir uns die Waffe so früh wie möglich holen. Und auf unserem Rückweg passen wir auf, dass wir hier nicht in den Zombie reinrennen. Manchmal rennt er auch einfach nur in die Ecke. Versucht aber gar nicht erst, einfach so an ihm vorbeizulaufen. Stunt den Kerl auf jeden Fall. Wenn sein Kollege da irgendwo im Gang steht, könnt ihr ihn ignorieren. Es sei denn, er kommt euch in die Quere, dann solltet ihr auch instern. Aber wenn ihr am Anfang schleicht, ist die Chance, dass das passiert, sehr gering. Und ja, ich renne hier eiskalt an Elliot vorbei, schnappe mir das Messer und beachte ihn gar nicht. Elliot wacht gerade erst auf und in der Zeit kann er nichts machen. Das ist im Prinzip genauso wie mit den Zombies, die erst noch aufstehen. Da haben wir noch ein bisschen Schrot-Munition, die nehmen wir mit und wir verschwinden ganz kurz in den Pausenraum. Wir packen jetzt alles in die Truhe, bis auf unsere Waffe und die Munition. Denn ich will hier alles mitnehmen können. Wir haben hier ein blaues Kraut. Ein hochwertiges Pulver und hier liegt noch ein bisschen Pistolen-Munition. Zudem haben wir hier hinten am Waschbecken noch Magnum-Munition und die nehmen wir heute mit, denn die Magnum werden wir uns heute holen. Die brauchen wir unbedingt und auch die kriegen wir recht früh. Zudem bekommen wir hier die Sicherung, die liegt im B-Szenario hier im Pausenraum. Im A-Szenario haben wir das Ding in dem großen Büro gefunden. Da gehen wir als nächstes hin, aber vorher packen wir alles weg, bis auf unsere Pistole, die Munition und die Sicherung und wir schnappen uns jetzt noch den Bolzenschneider, die Holzbretter und die Schlüsselkarte. Jetzt müssen wir nochmal an Elliot vorbei. Da gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Entweder er liegt uns im Weg oder er starrt an die Wand. Wenn er an die Wand starrt, könnt ihr ihn ignorieren und wenn er im Weg liegt, provoziert ihr ihn ein bisschen. Geht von hinten an ihn ran und er macht freiwillig Platz. Dann könnt ihr so an ihm vorbeigehen. Vermeidet ist hier nach Möglichkeit eine Waffe zu benutzen, ansonsten macht ihr unnötig Krach und dann kommt euch hier in dem großen Büro bereits ein Zombie entgegen. Aber wenn ihr leise gewesen seid, dann steht er noch hier an seiner Ausgangsposition und damit das so bleibt, benutzen wir jetzt den Flashbang. Das animiert den Zombie hier vorne zwar zum Durchbrechen, aber das ist nicht weiter schlimm. Wir schnappen uns hier die Pistolenmunition und machen ganz ungeniert weiter. Hier in dem kleinen Büro haben wir noch den Ventilgriff und das hochwertige Pulver. Und wir sind hier fertig. Der Kerl sieht nach wie vor nur Sterne. Den können wir ignorieren. Wir entriegeln hier die Tür und wir hauen ab. Die Sicherung sitzt. Und es kann sein, dass hier direkt ein Zombie auftaucht. Also haltet euch schon mal bereit. Guckt, wo der Heini ist. Der steht gerade da vorne. Da steht er gut. Dem will ich das Bein wegschießen. Wir kommen später mit der Shotgun nochmal wieder und dann werden wir ihm den Rest geben. Und wenn man sich nicht ganz blöde anstellt, reichen in aller Regel zwei bis drei gut platzierte Treffer und das Bein ist ab. Marvin kommt da auch schon raus. Mit dem machen wir das gleiche. Denn ich will hier später alle Zombies loswerden. Wir lassen die erstmal in Ruhe. Wir lassen auch die Gegenstände liegen. Wir nehmen nur die Pistolenmunition mit und hauen ab. Aber ab hier sollten wir langsam weitergehen. Da vorne wartet schon ein Laker. Und mit den Viechern will ich mich ganz sicher nicht anlegen. Das heißt, auch heute werden wir nur vorbeischleichen. Da wir später nochmal hier durch müssen, sollten wir auf jeden Fall hier die Fenster dicht machen. Wir kriegen später den Kreuzschlüssel, dann können wir durch diese Tür. Und zu dem Zeitpunkt haben wir dann zwei Laker hier. Und wenn dann auch noch ein Tyrant hinter uns her ist und irgendwo ein Zombie auftaucht, haben wir sehr schnell eine ganz ekelhafte Situation. Von daher machen wir hier die Fenster dicht, gehen hier ganz gemütlich weiter. Und sobald ihr das gelbe Tape hier am Boden passiert habt, könnt ihr wieder anfangen zu rennen. Dann seid ihr aus der Hörweite des Lakers raus. Das Zombie-Gekreische ignorieren wir. Wir schnappen uns hier die Munition und gehen hier in den nächsten Raum. Den müssen wir aufmachen. Dafür brauchen wir den Bolzenschneider. Das war jetzt allerdings auch die letzte Kette. Das heißt, den können wir jetzt wegschmeißen. Und hier haben wir jetzt Brett Nummer 3. Mit dem gehen wir zurück in den Korridor mit dem Laker. Dann kriegen wir da alle drei Fenster dicht. Und somit wird da später kein Zombie aufkreuzen. Ihr macht euch das Leben ungemein leichter, wenn ihr hier alles dicht macht. Also macht das ruhig. Jetzt gehen wir wieder hier durch. Und die Gegenstände in diesem Raum lassen wir erst noch zurück. Wir kommen gleich wieder. Ich will vorher noch ein paar andere Sachen erledigen. Da fangen wir mit diesem Zombie hier an. Den setzen wir auf eine Bleidiät. 100% vegan, 100% glutenfrei. Stellt sicher, dass er wirklich tot ist. Okay, ich denke, da hat er hinter sich. Was ist mit dir, Freundchen? Okay, der wacht auf. Den entsorgen wir gleich in diesem Raum hier. Vorher plündern wir noch das Fach 109. Und wir werden uns jetzt auch die Shotgun holen. Für die anderen Fächer haben wir aber heute absolut keine Zeit. Schlüsselkarte rein. Waffenschrank auf. Und da haben wir das gute Stück. Die Shotgun kommt mit vier Schuss. Die laden wir sofort nach. Und den Heine hier lassen wir reinkommen. Auch dem werden wir gleich das Bein wegschießen. Na komm, nicht so schüchtern. Wenn der Zombie nicht mehr laufen kann, kann er auch keine Türen mehr öffnen. Und somit ist er hier effektiv eingesperrt. Und das spart mitunter Munition. Gelegentlich spielt das Spiel nicht mit. Dann haut er ihm so viele Kugeln ins Bein, bis er einfach nur umfällt. Und er lebt immer noch. Aber das ist an sich selten. So, dem hier pusten wir den Schädel weg. Denn es kann sein, dass wir hier später noch ein paar Mal öfter durch wollen. Der würde irgendwann nerven. Den Tresor öffnen wir jetzt mit der Kombination 9, 15 und 7. Hier haben wir unsere Gürteltasche. Und die erweitert unser Inventar um zwei weitere Felder. Nehmt das Ding auf jeden Fall mit. Ansonsten kommen wir später mit dem Inventar in Teufelsküche. Wir werden das Ganze gegen Ende noch etwas weiter ausbauen. Aber jetzt erst einmal schnappen wir uns hier den Flashbang. Das grüne Kraut. Und hier hinten liegt noch der Zünder. Mit den Sachen in Gepäck gehen wir jetzt weiter. Und halten hier schon mal die Schottkern bereit. Denn da vorne kommt jetzt ein Heini durchs Fenster. Das können wir zwar nicht verhindern. Aber während er da noch rumsitzt, können wir ihn ganz easy... ...das Gesicht aufhübschen. Und das hat die da oben jetzt mitgekriegt. Die will unbedingt das Gleiche. Die kann es gar nicht abwarten. Die kommt auf den kürzesten Weg zu uns. Und wir machen sie glücklich. Ich bin ja kein Unmensch. Da haben wir noch ein rundes Kraut. Das Brett ignorieren wir. Das brauchen wir heute nicht. Und hier haben wir noch ein rotes Kraut. Und all die Sachen packen wir jetzt in die Truhe. Wir packen hier alles rein. Bis auf unsere Waffe und die Munition. Oder eher unsere Waffen. Und wir haben hier noch etwas Flinten-Munition. Die nehmen wir mit. Die laden wir auch sofort nach. Wechseln aber zur Pistole. Denn oben ist noch ein Heini. Und ich zeige euch jetzt, wie ich bevorzugt im B-Szenario die Zombies ausschalte. Zumindest, wenn ich Leon spiele. Mit Claire wäre das nochmal ein bisschen anders. Aber das sehen wir dann im Claire-Playthrough. Hier haben wir noch ein bisschen Pistolen-Munition. Und auch dem Kerl werde ich jetzt erstmal nur die Beine wegschießen. Wenn er uns zu Füßen liegt, können wir ihn ganz easy mit der Shotgun abfertigen. Dann reicht in aller Regel auch ein Schuss. Und das hilft ungemein beim Munition sparen. Allerdings hätte ich jetzt gerne noch ein bisschen mehr Schrot-Munition. Dazu gehen wir hier rein. Und wir öffnen das Vorhängeschloss hier mit der Kombination CAP. Und ihr merkt es sicherlich. Ich habe am Anfang gesagt, dass hier und da ein paar Puzzle neue Lösungen haben werden. Vorhängeschlösser und Tresore sind davon ausgenommen. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die gleich bleiben. Aber hier und da haben wir ein paar neue Lösungen. Aber alles zu seiner Zeit. Hier haben wir jetzt das Kästchen. Das kriegen wir im B-Szenario anstelle des tragbaren Tresors. Und mit dem Kästchen kriegen wir heute super früh die Magnum. Die bekommen wir vor dem ersten Bosskampf. Und wir können bis dahin das Ding sogar noch upgraden. Ich denke mal, ihr könnt euch denken, was dem ersten Boss heute blüht. Dem Kerl hier blüht der Skyrim Treatment. Denn wenn er hier nur noch rumliegt, kann ich hier in aller Ruhe den Schrank looten und muss ihn nicht extra weglocken. Die Kombination hier lautet DCM. Und hier gibt es Magnum-Munition. Immer her damit. Da liegt unser Piekschlüssel. Und den brauchen wir gleich, damit wir unten in der Bibliothek weiter können. Und wir wollen uns natürlich auch gleich den roten Klunker für die Magnum holen. Die Gegenstände hier in diesem Raum werde ich komplett zurücklassen. Man kann bei Bedarf noch die Munition für die Pistole mitnehmen, ja. Brauchen wir aber im Moment nicht. Ich denke mal, wir haben genug. Achtet bei dem Zombie darauf, wie sein Knie steht. Weil wenn sein Knie vor dem Schrank steht, wird der später nicht umfallen. Das ist insofern ganz wichtig, da wir gucken müssen, ob wir nun den Schrank später zum Umfallen bringen oder auch nicht. Denn so könnten wir den Weg für den Tyrant versperren. Aber ob das Ganze geht oder auch nicht, ist absolut random. Was ich hier auf jeden Fall nicht den Zufall überlassen will, ist dieser Raum. Den würde ich gleich so nutzen können, wie ich ihn gerade brauche. Und deshalb werden wir hier alle Zombies ausschalten. Nicht nur diese Karen, sondern auch die anderen beiden. Wir nehmen hier noch unterwegs das rote Boot mit. Du pinnst weiter. Und, äh, sorry Digga. Das Buffet ist geschlossen. Okay, da habe ich jetzt zwei Schuss gebraucht. Und generell, ähm, wenn ihr mehr als zwei Schuss braucht, um einen Zombie zu killen, greift zur Pistole und macht damit den Rest. Ansonsten verschwendet ihr nur Schrot-Munition. Diese beiden Regale verschieben wir jetzt einmal nach rechts. Holen uns die Pistolen-Munition. Und das Regal rechts außen verschieben wir jetzt einmal nach links. Somit ist dieses Puzzle für später vorbereitet. Und mehr müssen wir hier nicht machen. Wir werden uns jetzt nicht das Messer schnappen und das Medaillon holen wir uns später. Wir müssen da so oder so nochmal durch. Die alte da vorne. Gucken wir uns an. Die guckt wahrscheinlich gleich in unsere Richtung, wenn wir auf sie zugehen. Wenn sie in die andere Richtung gucken sollte, könnte man sich von hinten an sie heranschleichen und ihr direkt mit der Shotgun in den Schädel wegpusten. Aber wenn das nicht geht, zeigen wir der Gammelfleisch-Tussi, wo ihr Platz in der Nahrungskette ist. Und dazu schließen wir wieder auf die Beine. Wohlgemerkt eher auf die Knie als auf den Fuß. Weil ansonsten haben sie noch einen Stumpf, auf den sie weiterlaufen können. Und das sieht drollig aus, bringt uns aber nicht wirklich weiter. Das grüne Kraut lassen wir erst noch hier. Wir schließen hier die Tür auf. Und den Kerl ignorieren wir. Der stört jetzt erstmal nicht, aber ich bin mal gespannt, wo die Viecher gleich stehen werden, wenn wir wieder rauskommen. Den Arm und das Buch kombinieren wir miteinander. Beides bauen wir hier an die Statue heran. Und so kriegen wir jetzt unser Zepter. So mit den roten Klunker. Und dann haben wir im Prinzip alles, was wir für die Magnum brauchen. Im A-Szenario dauert das Ganze wesentlich länger. Aber das Ganze hat jetzt natürlich auch einen Haken. Da bricht ein Licker durch das Oberlicht, aber an dem könnt ihr ganz easy vorbeigehen. Haltet euch links an der Wand. Geratet nicht in Panik. Kollidiert nicht mit dem Vieh. Und wenn ihr hier die Tür aufmacht, guckt vorsichtig, wo die Viecher hier stehen. Wenn sie nicht in eure Richtung gucken, könnt ihr an ihm vorbeigehen. Ich würde nach Möglichkeit sowieso gucken, dass ich im schlimmsten Falle eher ein Biss tanke, als dass ich da jetzt Munition verschwende. Denn die Zombies in dem Korridor werden später despawnen, wenn wir den ersten Boss geplattet haben und dann nochmal wiederkommen. Die Hainis hier werden allerdings nicht die spawnen und die sollten wir jetzt ausschalten, denn auch hier wollen wir noch ein paar Mal durch und irgendwann könnten ein paar untote Fangeisen richtig nerven. Zuvor werden wir hier noch den Schlüssel verbrauchen. Der kann jetzt weg. Und die liegen jetzt da vorne. Okay. Vorher nehmen wir noch hier das grüne Kraut mit und wenn wir uns jetzt an einen liegenden Zombie heranarbeiten, machen wir das am besten von hinten. Denn die können uns noch frontal anspringen. Aber wie ihr seht, das hier ist jetzt super einfach und wesentlich sicherer, als wenn ihr einfach so auf die Biester zulauft. Die machen gerne im letzten Moment noch einen Ausfallschritt, weichen dem Ganzen aus, ihr habt deren Gebiss im Nacken und dürft euch erstmal eine Truhe suchen. Die Truhe in der Haupthalle wurde wegrationalisiert. Das heißt, man hätte jetzt einen etwas längeren Weg, entweder hierhin oder an Elliot nochmal vorbei. Das müsste nicht sein. Aber sei es drum. Wir packen jetzt alles in die Truhe, bis auf unser Zepter und das Kästchen. Und für den nächsten Abschnitt brauchen wir den Ventilgriff und den Zünder. Das Zepter werden wir jetzt demontieren. Somit haben wir hier unseren roten Klunker und den verbauen wir im Kästchen. Das geht auf. Wir bekommen unser Stars-Abzeichen und wenn wir das weiter untersuchen, haben wir unseren USB-Dongle. Mit dem können wir gleich die Waffenkammer aufmachen. Wir brauchen jetzt erstmal keine Waffen, aber wir brauchen stattdessen den Platz. Also bringt hier keine Waffe mit. Die Zombies haben wir jetzt soweit ausgeschaltet, zumindest die, die uns im Weg stehen könnten. Und der einzige Gegner, der jetzt noch auftaucht, ist der Tyrant und da bringt unsere Waffe sowieso nichts. Ich meine, was sollen wir machen? Ihn mit einer 45er kitzeln? Bloß nicht. Am Ende sagt YouTube noch, ey, das ist kinky und sperrt mir das Video. Das muss nicht sein. Hier haben wir einfach Schrotenmunition, die nehmen wir mit. Und wir triggern den Tyrant. Macht das erst dann, wenn ihr zuvor alle anderen Sachen erledigt habt. Ansonsten macht euch das Leben hier wirklich unerträglich schwer. Die Batterie und den Zünder kombinieren wir miteinander. Holen uns das rote Kraut. Ein hochwertiges Pulver, das brauchen wir gleich. Und in Rebeccas Tasche haben wir wieder ein Erste-Hilfe-Spray. Zudem liegt hier noch etwas Schrotenmunition. Und den Flashbang hier brauchen wir unter Umständen gleich für den Tyrant. Ich würde mir den aber lieber für den ersten Boss aufheben. USB-Donkel rein. Ran an den Computer. Und die Waffenkammer ist offen. Sobald die Tür auf ist, nehmen wir den USB-Donkel wieder mit und machen daraus das Sars-Abzeichen. Das brauchen wir gleich, damit wir die Vitrine mit den Upgrade-Parts für die Magnum öffnen können. Die Magnum selbst hängt hier. Und nun haben wir hier alles einkassiert, was wichtig ist. Da lag eben noch Munition. Die brauchen wir heute nicht. Der Tyrant ist gerade in Richtung Umkleide verschwunden, was anderes blieb ihm auch nicht übrig. Er kann keine Türen öffnen, wie wir erst noch entriegeln müssen. Aber wo als nächstes auftaucht, hat nichts mit Logik zu tun. So, hier haben wir jetzt eine neue Lösung. Kinder, Waage und kleine Schlange. Und egal was ihr macht, nehmt auf gar keinen Fall die Kassette da mit. Die würde gleich einen wichtigen Inventarsplatz blockieren. Und ganz ehrlich, es hilft ungemein hier Kopfhörer zu benutzen. So könnt ihr den Tyrant häufig schon hören und auch deuten, wo er gerade lang geht. Der graue Bastard war gerade nicht in der Bibliothek. Also will ich auf gar keinen Fall, dass hier gleich der Schrank umfällt. Ansonsten versperren wir uns hier unter Umständen den einzigen Fluchtweg. Und das Ding würde jetzt umfallen, weil der Zombie gerade irgendwie anders liegt. Oh, er ist hier. Und ich habe das Ding jetzt nicht zum Umfallen gebracht. Ist nicht weiter schlimm. Bis der hier reinkommt, haben wir schon längst das zweite Medaillon. Die Lösung lautet Steinbock, Harfe und Vogel. Ignoriert die Lickergeräusche im Hintergrund. Im B-Szenario taucht hier kein Licker auf. Also ich könnte schwören. Ja, der müsste jetzt dort sein. Der kommt wahrscheinlich gleich hier rein. Nein, er ist gerade zu der Tür raus, durch die wir eben die Bibliothek betreten haben. Ist in Ordnung. Man könnte ihm hier den Weg versperren. Ihn dazu nötigen, dass er sich erstmal einen anderen Weg sucht. Dann den Weg wieder aufmachen. Aber wenn der Tyrant gerade nicht in der Bibliothek ist, dann kommt er durch die andere Tür. Und im Zweifelsfalle müsstet ihr eine unnötig lange Strecke laufen. Die Lösung hier lautet Krone, Flamme und Fliegender Vogel. So, da haben wir jetzt alle drei Medaillons beisammen. Und wie ihr seht, geht das gerade so mit dem Inventarsplatz auf. Und von daher, holt euch unbedingt das Upgrade für unsere Tasche. Ansonsten würden wir hier echt nicht weiterkommen. Wir müssten dann alle Nase lang irgendwelche Extrawege laufen. Das würde Zeit kosten. Und apropos Zeit, wir gucken gleich auch nochmal auf die Uhr. Denn auch hier gibt es ein gewisses Limit. Da sollte man nicht unbedingt überschreiten. Wir haben jetzt 20 Minuten gebraucht, um den Geheimfahrt zu öffnen. Das ist absolut im Rahmen. 25 Minuten wären auch noch okay. Das ist meine persönliche Schmerzensgrenze. Wenn ihr mehr als 30 Minuten braucht, um hier hinzukommen, fangt nochmal von vorne an. Ansonsten wird das später extrem schwierig, noch mit dem Zeitlimit hinzukommen. Nur eine kleine Empfehlung. So, da haben wir noch etwas Schrotmunition. Und hier haben wir unser Farbband. Und wir werden auch gleich speichern. Aber vorher bereiten wir uns auf den ersten Boss vor. Die Munition kann weg. Das rote Kraut brauchen wir nicht. Die Heilung brauchen wir an sich nicht. Wenn ihr eine dabei haben wollt, macht das ruhig. Aber so wie wir den Boss gleich platt machen werden, brauchen wir die nicht. Wir brauchen jetzt aber auf jeden Fall Magnum-Munition. Das, was wir bisher gesammelt haben, wird nicht reichen. Deshalb habe ich eben noch welche gemacht. Der Flashbang ist optional, hilft aber definitiv. Und mehr brauchen wir nicht. Wir speichern jetzt ganz kurz. Und wie ihr seht, ich habe auch schon für den Claire playthrough trainiert. Der wird hoffentlich auch sehr bald kommen. Und eine Kleinigkeit, die ich bisher immer wieder falsch hatte. Wenn ihr jetzt drauf gehen solltet, geht erst in den Titelbildschirm und ladet von da den Spielstand neu. Wenn ihr das aus der Auswahl nach dem Sterben macht, ist das im Prinzip genauso, als wenn ihr einfach nur fortsetzt. Die Zeit wird mit aufaddiert. Das habe ich im A-Szenario nicht gecheckt, weil ich einfach ohnehin viel zu viel Zeit übrig hatte. Da ging das irgendwie unter. Aber als ich das Ganze hier für diesen Playthrough geübt habe, fiel mir das dann endlich auf. Also ihr müsst erst in den Startbildschirm zurück, von da den Spielstand neu laden. Und erst ab da geht das Spiel davon aus, dass ihr nie gestorbene seid. Und somit gibt es auch keine Zeit zum Aufaddieren. Zeit für den ersten Boss. Vorher werden wir noch die Magnum upgraden. Dafür brauchen wir unser Stars-Abzeichen. Und ab da wird diese Waffe ein richtiges Biest. Ich meine, die Magnum ist traditionell so oder so ein Bosskiller. Entweder benutzt man die für Bosse oder für recht harte Brocken. Früher waren es die Hunter, jetzt sind es die Licker. Mit denen werden wir uns aber heute nicht anlegen. Also bleiben nur Bosse. Zudem haben wir hier noch eine Handgranate. Die heben wir uns für den Super Tyrant auf. Und da sind unsere Upgrade-Parts. Ein neuer Lauf, ein neuer Schlitten. Das Ganze verbauen wir sofort. Und jetzt braucht die Magnum auch zwei Plätze im Inventar. Ist aber mehr als verdient. Denn nun macht die Waffe mehr Schaden als ohnehin. Und auch die Schussgeschwindigkeit erhöht sich. Wir ballern jetzt schneller. Was an sich keinen wirklichen logischen Sinn macht. Aber draufgeschissen. Das sind jetzt genau die Upgrades, die wir brauchen. Diejenigen unter euch, die mit meiner Messer-Strategie hier im A-Szenario nicht warm geworden sind. Ihr werdet das hier lieben. Garantiert. Das Ding hier richten wir auf. Und dann machen wir den ersten Boss. Quick and dirty. Zielt erstmal auf seinen Kopf. Das ist einer von zwei Schwachpunkten, die er hat. Und sobald er sein Auge zeigt, schießen wir primär da drauf. Wenn das Ganze gelb saftet, haben wir genau die richtige Stelle getroffen. Und sobald er auf uns zukommt, hauen wir ab. Laden nach. Und jetzt könnt ihr hier den Flashbang schmeißen. Wir müssten ihn nicht in seine Richtung werfen. Der wirkt auch so oder so. Während er Sternchen sieht, ziehen wir auf sein Auge. Und solltet ihr das nicht treffen können. Warum auch immer. Zielt stattdessen auf den Kopf. Das reicht vollkommen aus. Und wie ihr seht, der Boss ist vorbei. Das war's. Mir ist das nicht. Und wir haben noch ein Magazin übrig. Wir drehen jetzt natürlich unsere obligatorische Siegerrunde und schnappen uns hier alle Gegenstände. Das sind jetzt ein paar Vorräte, die wir anhäufen. Und somit sollten wir jetzt mehr als genügend Pistolenmunition haben, um den nächsten Abschnitt locker bewältigen zu können. Gerade was die M19 angeht, habe ich jetzt nicht mal ansatzweise alles an Munition eingesackt. Ich habe so viel ausgelassen. Aber wir brauchen gar nicht so viel Munition für das Ding. Denn wir benutzen sie primär nur zum Stunnen. Oder zum Verstümmeln. Nur in sehr wenigen Fällen benutzen wir die Waffe wirklich zum Töten. Und von daher hält sich unser Munitionskonsum in Grenzen. Der Raum hier ist blau. Das heißt, hier gibt es nichts mehr einzukassieren. Und das grüne Kraut hier rechts neben uns interessiert mich nicht weiter. Ich weiß. Sakrilik. Aber wir brauchen nicht jeden Scheiß. Ich habe mich eine ganze Weile mit dem B-Szenario richtig schwer getan. Ich habe das erst so behandelt wie die A-Playthroughs. Gleiche Strategien und so weiter. Und ich habe es mit A-Hunkrach geschafft, meine S-Plus-Range zu kriegen. Wirklich so auf die letzten fünf Minuten hin. Ich habe mich die ganze Zeit übergewundert, warum ich mich da so blöde anstelle. Und irgendwann habe ich dann mal in die Truhe reingeguckt und mir angeguckt, wie viele Sachen ich hatte. Und da hatte ich mal eine Antwort. Ich hatte wesentlich mehr Ressourcen, als ich gebraucht habe. Und die meiste Zeit verbringt ihr damit, diesen Ressourcen hinterher zu laufen. Mit Leon können wir uns es echt erlauben, wirklich nur das Allernötigste mitzunehmen. Bei Claire sieht das Ganze ein bisschen anders aus, aber hey, alles zu seiner Zeit. Wir schnappen uns jetzt die Pistole, die Shotgun, die Pistole-Munition und die Schrot-Munition. Und wir werden unsere Waffen nachladen. Wir können auch gleich bei der Shotgun bleiben. Die brauchen wir als nächstes. Und ich würde mal sagen, 50 Schuss für die Pistole insgesamt. Das ist in Ordnung. Vor allem, wenn man so viel liegen gelassen hat. Gut, damit es jetzt weitergeht, lösen wir hier den nächsten Event aus. Und wir laufen sofort AIDA hinterher. Wir haben heute sowieso nichts anderes zu tun. Also gehen wir direkt in diese Richtung hier. Die Pistolen-Munition hier hinten kann man mitnehmen, muss man aber nicht. Spätestens dann, wenn wir 60 Schuss auf den Stapel haben, werde ich sowieso keine mehr einsammeln. Aber dem Typen hier. Sollten wir auf jeden Fall die Birne wegschießen. Denn es kann sein, dass der sich später durch den Flashbang nicht weiter beeindrucken lässt. Und dann könnte er zu einem Fangeisen werden und uns behindern, wenn wir von dem Tyrant weglaufen. Das muss nicht sein. Also pustet ihm den Schädel weg. So viel Munition sollten wir haben. Da haben wir unsere Kurbel. Und nun gehen wir in den anderen Abschnitt. Mal ganz nebenbei. Die gröbsten Änderungen zwischen den Szenarien habt ihr jetzt bereits gesehen. Das meiste an Munition haben die Leute bei Capcom wirklich für die ersten 20 Minuten verwallert. Quasi auf dem Weg zum ersten Bosskampf hin. Von nun an wird für eine ganze Weile dieser Playtool genauso verlaufen wie das A-Szenario. Wir haben nach wie vor ein paar Schlüsselgegenstände, die woanders liegen. Wir haben ein paar neue Puzzle-Lösungen. Hier und da tauchen extra Gegner auf. Ja. Aber rein strukturell wird sich hier erstmal nichts ändern, bis wir das Labor erreicht haben. Von daher ist das schon bis zu einem gewissen Maß eine Mogelpackung. Aber auf der anderen Seite ist die M19 so ein Game Changer und das setzt sich jetzt auch eine Weile fort. Hier gibt es noch Schrotmunition, die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Denn meine Planung für heute steht und fällt damit, wie gut wir uns die Schrotmunition einteilen. Wir werden an einer spezifischen Stelle noch Munition herstellen. Aber das machen wir für die Shotgun auch nur dort. Und natürlich dann später noch im Labor. Aber das erkläre ich dann noch. Wir nehmen hier das blaue Kraut mit. Gehen hier in den Raum rein. Holen uns das hochwertige Pulver. Und die Hunde werde ich jetzt auf jeden Fall ausschalten. Ich weiß, dass man theoretisch auch einfach so an den Viechern später vorbeilaufen könnte. Aber dann riskieren wir, von den Biestern gestunlockt zu werden. Und diese Lösung soll auch denjenigen weiterhelfen, die jetzt nicht so fit in dem Spiel sind. Von daher zeige ich einen relativ risikofreien Weg. Der Besuch hier in der Leichenhalle ist an sich total optional. Aber hier gibt es wieder ein rotes Kraut. Das will ich haben. Dann haben wir auch sehr bald unsere erste Dreierkombi zusammen. Und hier liegt noch ein Flashbang. Und den können wir gleich auf eine recht kreativen Art und Weise einsetzen. Macht euch wegen den Zombies hier keine Sorgen. Die wachen erst dann auf, wenn man sich den Karo-Schlüssel hört. Und das brauchen wir als Leon nicht zu tun. Claire braucht das Ding. Leon hingegen nicht. Es sei denn, man will sich alle Sachen aus dem Polizeirevier holen. Aber dafür haben wir keine Zeit. So, ab hier durch. Und zu unserer Linken ist wieder ein grünes Kraut. Das nehmen wir mit. Und da haben wir unsere erste Dreierkombi. Nun schnappen wir uns hier noch den Schlüsselgegenstand. Nehmt den auf jeden Fall mit. Ansonsten wird es später richtig bitter, dem Mist nochmal hinterher zu laufen. Und hier vorne haben wir wieder eine neue Lösung. Runter, hoch, hoch, runter. Na, die Tür ist offen. Und da will jemand ein paar 45er Leckerchen. Der Hund hat erstmal keine Chance an uns heranzukommen, weil er mit dem Zaun beschäftigt ist. Und ähnlich verhält es sich auch mit dem nächsten Hund. Aber der kann sich relativ schnell lösen. Deshalb machen wir ihn jetzt ganz schnell mit der Shotgun platt. Ansonsten geht er einmal den kompletten Bogen rum. Und dann springen uns jetzt gleich zwei Gegner an. Das hier ist an sich jetzt der erste Gegner, der euch wirklich gefährlich werden kann. Wenn ihr hier unten seid. Und der nächste folgt zugleich. Aber auch der bleibt für einen kurzen Moment stehen. Also wenn ihr es richtig angeht, sind die Viecher hier überhaupt kein Problem. Ich hatte erst überlegt, ob ich in diesem Playthrough meine eigenen Speichergewohnheiten einfach mal so zeige. Dann hätte ich nicht vor dem Boss gespeichert, sondern erst dann, wenn wir oben den Pausenraum wieder erreicht haben. Weil die Bereiche hier unten sind kein Problem. Die kriegen wir ohne Probleme hin. Es gibt maximal zwei bis drei Gegner, die euch gefährlich werden können. Drei, wenn ihr nicht aufpasst. Ansonsten sind es wirklich nur zwei. Die Hunde reagieren immer gleich. Und ich speichere erst dann, wenn irgendwelche Elemente im Weg sind, die ziemlich random sind. Und das sind für mich in erster Linie die Zombies. Aber sei es drum. Die Heilung brauchen wir nicht. Wir brauchen auch das Pulver nicht. Ebenso wenig den Schlüsselgegenstand hier. Aber die anderen Sachen lassen wir drin. Insbesondere den Flashbang, den brauchen wir jetzt. Denn da vorne hat sich Elliot jetzt ein paar Freunde dazu geholt. Und damit wir von denen jetzt nicht unnötig angeknabbert werden. Gehen wir hier jetzt rum. Ganz gemütlich. Wir knallen sie Stück für Stück ab. Und auch Elliot war für einen Moment gestunt, obwohl er gar nicht in der Reichweite hätte sein dürfen. Ist aber gar nicht weiter schlimm. Die Viecher sind aus dem Weg geräumt. Die werden uns später nicht nerven. Und jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Seht ihr das auch? Ja, ich auch nicht. Die Gegner sind weg. Hab ja gesagt, die, die spawnen. So, hier setzen wir zum letzten Mal unsere Kurbel ein. Dann können wir gleich auch die entsorgen. Und das machen wir sofort. Ich werde heute nicht runter gehen, um mir das hochwertige Pulver zu holen. Das lassen wir liegen. Wir gehen direkt hier hoch. Schnappen uns den Flashbang. Und hier haben wir noch etwas Pistolen-Munition. Die Pistole werden wir jetzt auch so hoch zücken. Denn hier haben wir wieder Gegner im Weg. Vorher nehmen wir noch hier die Schrot-Munition mit. Und den Typen hier schießen wir zu Boden. Erledigen ihn. So wie ich das jetzt schon ein paar Mal gezeigt habe. Das gleiche machen wir jetzt auch mit dem Vogel. Wie war das doch gleich? Erst Rechte vorlesen oder sofort den Schädel wegschießen? Sorry, ich habe auf der Polizeischule nicht aufgepasst. Okay, der war düster. Da haben wir unser großes Zahnrad, das seinem Namen alle Ehre macht. Hier haben wir noch ein Blauskraut. Ja, dann mit. Und wenn wir jetzt hier durchgehen, haben wir noch ein Blauskraut. Das nehmen wir jetzt mit. Und diese Leiter hier geht jetzt kaputt. Das heißt, die können wir jetzt natürlich nicht mehr hochsteigen. Aber, wir könnten da von oben nochmal runterspringen. Das merken wir uns für später. So, Zeit für die Shotgun. Da kommen uns gleich zwei Biester entgegen. Und ja, ich weiß, hinter uns sind noch zwei grüne Kräuter. Interessiert mich jetzt nicht. Kommt raus. Ähm. Okay. Das waren jetzt zwei Schuss. Mehr kriegst du nicht. Da habe ich mich jetzt irgendwie total blöde hingestellt. Ist aber nicht weiter schlimm. Wir leiten hier den Wasserfluss um. Gehen hier in den Raum rein. Und wir werden jetzt erstmal den Shotgun wegpacken. Ebenso die Munition. Die beiden Sachen brauchen wir erstmal nicht. Wir sollten aber den Flashbang drin lassen. Und ein Blauskraut. Natürlich auch unsere Pistole. Und die Munition. Selbstreden auch das große Zahnrad. Und hier haben wir zudem noch den Kreuzschlüssel. Und jetzt müssen wir nochmal zu dieser Tür bei den Lickern. So, ab geht's. Nehmt hier auf jeden Fall ein Blauskraut mit. Dann können wir uns gleich unterwegs noch eine Dreierkombi zusammenbasteln. Und spätestens bei den Lickern. Und spätestens bei den Lickern wäre das eine gute Idee. Denn da kann etwas schief laufen. Und ohne die Kräutermischung wären wir am Arsch. So. Jetzt hätten wir schon mal unseren Verteidigungs-Buff. Und der Tyrant ist wieder da. Und er trägt immer noch diesen dusseligen Hut. Okay. Jetzt haben wir ihn zwar den Hut weggeschossen, aber irgendwie bringt das trotzdem nichts. Der Typ ist pottenhässlich. Ja, komm raus. Komm raus. Ich weiß, ich hätte auch seine Angriffe provozieren können und so weiter. Wäre mir aber zu gefährlich. Und die Zeit haben wir auf jeden Fall. Ich will jetzt auch nicht den Flashbang verballern oder so. Ich habe auch ein paar Mal gesehen, dass die Leute sich einfach für die Länge in den Typen reingeworfen haben. Und ich sehe gerade, dass wir überhaupt kein Dings haben. Überall kein grünes Kraut. Ach Gott. Das kommt mal rum, wenn ihr irgendetwas so im letzten Moment noch ändert. Eine ganze Weile habe ich mir das grüne Kraut aufgehoben. Und... Vorhin habe ich es mitgenommen. Ich sollte nicht von meinen Gewohnheiten abweichen. Ist aber nicht weiter schlimm, Leute. Wir haben ja zwar nur diese... Rot-Blau-Kombi. Aber die können wir trotzdem benutzen. Wir gehen jetzt gebufft da rein. Hier hängen jetzt zwei Licker. Manchmal hängt auch einer von denen hier oben. Und wenn ihr eins der Fenster hier offen gelassen habt, kann es sein, dass hier vor der Tür noch ein Zombie lauert. Wäre sehr ungünstig. Ja, das haben sie gehört. Ist nicht weiter schlimm. Wir schnappen uns hier die Handgranate. Wir nehmen noch das Werkzeug mit. Und wir warten hier ganz sicher nicht auf den Tyrant. Wir machen die Tür auf. Gucken ganz vorsichtig. Oh, shit. Nicht gut. Flashbang. Das ist jetzt super ungünstig gelaufen. Eine Sache, die schieflaufen kann, ist... Wenn ihr rauskommt, kann es sein, dass die Tür mit dem Licker kollidiert und dann wird er Akko. Wenn das passiert, geratet nicht in Panik. Schmeißt den Flashbang und haut ab. Der Tyrant kommt uns gerade hinterher. Ist nicht weiter schlimm. Wir gehen hier durch. Auch hier haben wir Licker. Das kennen wir aus dem Claire-A-Szenario. Wir gehen jetzt hier nochmal durch. Und ich habe gesagt, es kann nochmal sein, dass wir hier öfter durchkommen. Der Typ würde jetzt hier nerven. Den hatten wir aber schon entsorgt. Und auch wenn ich da jetzt gerade so einen kleinen Patzer gerissen habe, kriegen wir das hier locker hin. Das Problem mit den Lickern ist, dass ihr von ihm nicht weglaufen könnt. Also schmeißt den Flashbang und geht einfach weg. Mit ein bisschen Glück kriegt ihr dabei den Tyrant auch noch drauf. Und dann bleibt auch der für eine Weile stehen. Aber wenn ihr in Panik geratet und wegläuft... Ihr werdet zerfleischt. Wir machen jetzt oben unsere Brücke fertig. Klettern hier hoch. Und der Tyrant ist gerade irgendwo unterwegs, nur nicht da, wo wir gerade sind. Da habe ich jetzt überhaupt keine Probleme mit. Der wird jetzt aber mitkriegen, wo wir sind. Denn den Typen hier stunnen wir, bevor wir weitergehen. Schnappen uns auch das grüne Kraut. Und wir sind weg. Hier muss jetzt das große Zahnrad rein. Somit fahren wir hier die Treppe runter. Und tut euch einen großen Gefallen. Nehmt das Ding sofort wieder mit. Ihr würdet nicht glauben, wie oft ich hochrenne und dabei das Zahnrad vergesse. Dabei müssen wir es gleich oben einsetzen. Ich höre dich, Tyrant. Ich bin mal gespannt, wo er gleich auftaucht. Wir haben hier noch ein kleines Zahnrad. Hier kommt jetzt das große rein. Und wenn wir unten das kleine verbauen, kriegen wir unseren zweiten Schlüsselgegenstand. Und dann sind wir mit dem Polizeirevier weitestgehend fertig. So, rein mit dir. Und bevor wir jetzt loslaufen und uns den Schlüsselgegenstand holen, gehen wir nochmal hier hinten lang. Denn hier hinten gibt es wieder ein großes Pulver. Und das will ich mir für später aufheben. In der Kanalisation werden wir Schrotmunition herstellen. Und das will ich mit dem Pulver hier machen. Ich werde aber kein weiteres von diesen hier mitnehmen. Das eine hier reicht. Super fucking wichtig. Bevor ihr hier rausgeht, nehmt diesen ollen Karton mit. Es ist mir schon mal passiert, dass ich das Ding hier vergessen habe. Und nochmal hier hochlatschen, kann richtig bitter werden. Tür ist offen. Das ist der Tyrant. Oh oh. Are you fucking kidding me? Wow. Das war jetzt ein Glücksspiel und das rentiert sich nicht unbedingt. Oder vielleicht doch. Later loser. Mach das nicht nach, Kinder. Das wäre jetzt eine richtig dumme Aktion. Aber da stand eben dieser Zombie im Weg. Ich hätte ihn stunnen können. Ich hätte da langlaufen können. Es hätte nicht allzu lange gedauert, bis der Tyrant auch da aufgetaucht wäre. Aber wir hätten den Weg durch den Raum mit dem großen Zahnrad nehmen können. Das hätte auf jeden Fall noch funktioniert. Aber hey, ihr dachtet sicherlich, wir würden diesen Flur hier gar nicht sehen, oder? Da haben wir eine geisterhafte Gestalt, die gerade hier durch will. Die interessiert uns nicht weiter. Und wenn ihr hier alle Gegner ausgeschaltet habt, könnt ihr ohne Probleme durchlaufen. Die Zombies an den Fenstern interessieren uns jetzt überhaupt nicht. Die machen nicht viel. Und bevor wir jetzt weitermachen, heilen wir uns einmal auf grün und holen uns noch eine 3er-Kombi raus. Moment. Das sieht schon mal besser aus. Die Handgranate brauchen wir nicht. Dafür... Hoben muss gleich ein Flashbang. Den Schlüssel hier brauchen wir nicht. Das Pulver brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt nur unsere Waffe, die Munition. Zwei Schlüsselgegenstände im Flashbang und etwas zum Heilen. Und ja, eine 3er-Kombi, denn es kann sein, dass wir gleich von den Hunden gestunlockt werden. Und so können wir sicherstellen, dass wir irgendwie da rauskommen. Ich hatte da jetzt schon ein paar Mal Probleme. Das war eine von den Stellen, wo ich immer wieder mal auf die Schnauze geflogen bin. Was helfen kann, ist, wenn ihr versucht, am Anfang zu schleichen. Das kann mal so und mal so laufen, weil die Viecher werden nach gut Dünken vom Spiel platziert. Manchmal sehen die Viecher euch sofort, wenn ihr zur Tür durchkommt. Und hier hat sich das Schleichen auch schon erledigt. Ist nicht schlimm. Wir hauen ab. Ihr könnt versuchen, eine Schlangenlinie zu laufen. Ihr könnt irgendwas anderes versuchen. Und die Viecher haben uns sofort von grün auf rot gehauen. Ich glaube es nicht. Aber dafür haben wir die Kräutermischung und der nächste Treffer wird weniger Schaden machen. Ansonsten heilt ihr euch mit einem erste Hilfelspray oder so. Kriegt dann nochmal einen auf dem Deckel. Seid wieder auf rot. Dann kommt noch ein Angriff und ihr seid weg vom Fenster. Diese Kräutermischung tut nicht weh. Wir werden sie nicht vermissen. Wir kriegen noch mehr als genug von dem Zeug. Auch wenn ich immer wieder Kräuter auslasse. Aber nach dieser kleinen Hetzjagd machen wir ein entspannendes Unboxing von diesen zwei Schlüsselgegenständen. Die verbauen wir jetzt hier. Und das hier leiten wir runter. Das muss nach rechts. Das hier muss hoch. Das hier muss nach rechts. Daraus machen wir eine Schlaufe. Das leiten wir runter. Und das hier leiten wir nach rechts. Und jetzt werden wir noch die Weiche so lange umstellen, bis das Ganze hier steht. Tada! So, da haben wir noch ein Erste-Hilfe-Spray für den Fall der Fälle. Da ist unsere Schlüsselkarte für den Rollladen hier in der Garage. Tor Nummer 1. Gammelfleisch. Schütze dich drauf. Was hat Tor Nummer 2? Leute, seit wann ist der Zonkgrau? Weiß überhaupt noch jemand, was der Zonk ist? Oh, die fühlen mich gerade alt. Hier schmeißen wir jetzt einen Flashbang. Solltet ihr keinen Flashbang zur Hand haben, könnt ihr auch eine Handgranate benutzen, aber ein Flashbang ist wesentlich zuverlässiger. Mit dem kriegt er sogar den Tyrant hinter euch dran, wenn er euch buchstäblich in den Nacken haucht. Und dann hat er überhaupt keine Chance, an euch heranzukommen. So, jetzt wollen wir hier ganz schnell den Rollladen öffnen. Ansonsten wird aus Ada ein herrisches Biest und die kann es gar nicht abwarten, hier nicht rauszukommen. Ich meine, die wurschtet sich da jetzt schon unter den Rollladen durch. Wir können das ja leider nicht machen. Aber für jemand, der es jetzt so eilig hat, ist sie recht langsam unterwegs. Ist hier weiter schlimm, sobald wir zu weit weg sind, fängt sie an, hinterher zu laufen. Also ihr müsst hier nicht warten, bis Ada sich endlich mal hier rüber bequemt hat. Jedenfalls nicht im Schneckentempo. Aber ganz ehrlich, das hier ist jetzt mit Abstand die schwächste Passage im gesamten Spiel. Weil bis jetzt hatten wir einen ganz netten Flow und jetzt haben wir hier voll den Pacebreaker. Ich meine, zur gegenwärtigen Lage draußen gibt es sicherlich ein paar Interessenten für ein VR-Add-on zu diesem Spiel. Spazieren gehen mit Ada. Und ich wundere mich gerade, warum Capcom daraus kein Kapital schlägt. Nein, wir kriegen so einen Blödsinn wie Resident Evil Resistance. Draufgeschissen. Nehmt auf jeden Fall diesen langen Lauf wie die Shotgun mit. Der erhöht den Schaden, die Reichweite und die Magazinkapazität. Das Ding brauchen wir auf jeden Fall. Zudem haben wir hier noch eine Handgranate. Die nehmen wir für später mit. Und die Pistolenmunition interessiert schon gar nicht mehr. Also mal ganz ehrlich, ich kann die Leute wirklich nicht verstehen, die irgendetwas gegen diesen Alligator haben. Also ich mag das Ding. Ich habe sie inzwischen schnappi getauft. Schnappi ist cool. Schnappi gibt mir Hunden was zu tun, weil ansonsten ist es wirklich nur ein geradeaus laufen, hin und wieder die Kamera ausrichten, hier und da irgendwelche Dialogen zuhören, die ich am liebsten mit Alkohol vergessen würde, aber egal. Wir hauen sofort nach links ab, denn Schnappi schnappt nach rechts. Danach wechseln wir die Seiten und das hier wird ein Doppelangreifer. Schnipp, schnapp. Wir gehen wieder nach links. Also wie im A-Szenario auch. Links, rechts, links. Genau der gleiche Käse und solange wir hier nicht in einen Wachkoma verfallen, kann hier auch nichts mehr schieflaufen. Sorry Schnappi, besser du als ich. Und da regnet man im Mitteltagessen. So, hier haben wir noch etwas. Feuerwerk für den Tyrant später. Und nun wird es Zeit für die obligatorische Companion-Episode. Ich habe immer wieder mal gehört, dass es hier kleinere Änderungen zwischen den Szenarien geben soll. Wenn es die wirklich gibt, habe ich sie noch nicht gefunden. Wir machen den gleichen Käse wie im A-Szenario auch. Wir spüren Stromquellen auf, übersteuern diverse technische Geräte. Hier und da legen wir einen Hebel um. Und ab und zu kriegt ein Zombie eine Kugel ins Knie. Also wirklich, was ändern tut sich hier nichts. Und wenn ihr das hier einmal im A-Szenario auch Veteranen durchgespielt habt, wisst ihr ganz genau, was euch hier erwartet. So, das Ding hier schalten wir ein. Das hier jagen wir hoch. Und den hier legen wir sofort um. Springt erst hier runter. Wenn unten die Leuchte grün ist. Ansonsten seid ihr hier mit dem Zombie eingesperrt. Und das könnte ein bisschen bitter werden. Als A-A kriegen wir auch die 9mm Standardmunition. Gott sei Dank. Stellt euch vor, man würde hier keine Munition kriegen. Das wäre eine Änderung, die wäre richtig mies. Aber hey. Es ist alles beim Alten. Wir laufen hier durch. Wir orientieren uns in erster Linie an der linken Wand. So verlaufen wir uns auch nicht. Und glaubt mir, ich verlaufe mich hier hin und wieder, wenn ich im Halbschlaf durchrenne. Aber spätestens dann, wenn der Typ hier runterfällt, sollte man aufwachen, die Stromquelle hier aktivieren. Und hier hinten liegt noch Munition. Die nehmen wir zur Sicherheit mit. Und da gibt es noch einen Flashbang. Und den will ich jetzt auf jeden Fall haben. Denn es kann sein, dass wir gleich auf zwei Zombies gleichzeitig stoßen. Und da wäre unsere Pistole ein bisschen underdressed für. Also zwei Zombies dann wäre mir zu blöd. Jetzt sind es die drei. Den kriege ich ja da mit inbegriffen. So kommen wir hier ganz easy durch. Ansonsten machen wir uns hier echt nur unnötig Kopfschmerzen. Der kommt uns gerade entgegen. Zwei Kugeln ins Knie und der ist glücklich. Es reicht, wenn die einen Stunt. Versucht ihr hier nicht, die Gliedmaßen abzutrennen oder so. Das wäre Schwachsinn. Nebenbei, habt ihr gewusst, dass dort ein Geheimgang ist? Egal. Zeit für unser Spielzeug. Denn wir kriegen gleich Besuch vom Tyrant. Und bis dahin sollten wir hier die Stromquelle aktiviert haben. Die Tür öffnen. Und den Hebel hier umlegen. Ihr braucht euch keinen unnötigen Stress zu machen. Solange ihr das Ganze hier zügig durchzieht, könnt ihr das Ganze ruhig und kontrolliert angehen. Im Hintergrund hört man den Tyrant. Das stört gar nicht. Bis der hier wirklich gefährlich werden kann, sind wir schon längst weg. Nun zum eigentlichen schweren Part. Wir haben gleich wieder dieses Puzzle in dem Verbrennungsofen. Aber auch da haben wir wieder die gleiche Lösung. Also das sollte an sich kein allzu großes Problem darstellen. Wenn man das erste Mal blind hier reingeht, ja, dann wird man wahrscheinlich zum Ada-Hähnchen-Süß-Sauer verarbeitet. Aber ansonsten... Das ist nicht schwer. Meine ich zumindest. So, da haben wir unser Armband. Und sobald die beiden Damen ihren Kaffeeplausch endlich mal beendet haben, können wir hier weitermachen. Wir bringen uns hier schon mal in Position. Wir warten nur noch auf den Startschuss. Top, die Watte quillt. So, das Ganze hier hat Strom. Wir jagen Sicherung Nummer 1 durch. Gehen nochmal zurück zu der Wand. Legen hier den Hebel um. Jagen Sicherung Nummer 2 durch. Gehen an die andere Wand. Legen den Hebel hier um. Und jagen die letzte Sicherung in die Luft. Mal ganz ehrlich, ich kriege richtig hardcore Resident Evil 4 Vibes von der Musik, die da eben zu hören war. Ich mache dieses Spiel hier dafür verantwortlich, dass ich mir Resident Evil 4 für die Playstation 4 nochmal geholt habe. Insbesondere hier die Ada-Passage. Die ist schuld. Ada ist schuld. Ich habe mir das Spiel nochmal geholt. Und musste feststellen, dass ich mit der Steuerung nicht mehr umgehen kann. Wenn ich das Ganze aber nochmal in den Griff kriegen sollte, könnte das ein kommendes Projekt werden. Aber jetzt erst einmal wird es Zeit für die Kanalisation. Ich habe inzwischen jeglichen Respekt vor ihr verloren. Diese Stelle hier ist jetzt inzwischen richtig einfach geworden. Wenn man einmal raus hat, wie man mit diesen Riesenbiestern umgehen muss, ist das hier vieles, aber nicht schwer. Wir nehmen jetzt noch unsere Shotgun raus. Zusammen mit der Munition. Und die kombinieren wir hier jetzt mit unserem neuen Spielzeug. Wir laden das Baby nach. Und wir werden jetzt noch für ganze zwei Gegner die M19 benutzen. Man kann sie auch noch darüber hinaus weiterverwenden. Dann kann man auch hier die Munition mitnehmen. Brauchen wir eigentlich an sich gar nicht mehr. Aber das ist eine reine Geschmackssache. Ich habe es mir angewöhnt, den Zombies das Bein wegzuschießen, ihn dann den Schädel wegzupusten. Und das funktioniert für mich. Das gleiche machen wir auch mit dem Heini da oben. Der wird uns gleich entgegenkommen. Denn wir machen hier im Moment ordentlich Krach. Ja, ich habe dich gehört. Und wenn das so rumkrakelt, kann es sein, dass er uns gleich direkt an der Ecke empfangen wird. In solchen Situationen ist es ganz gut, immer auf einen Fußboden zu achten. Ich zeige auch gleich, was ich meine. Seht ihr da den Schatten? Da bewegt sich was. Und wenn man auf sowas achtet, haben die Zombies es echt schwer, einen zu überraschen. Der ist durchgestellt. Den Typen hier geben wir gar nicht erst die Chance, später zu nerven. Und das gleiche machen wir jetzt auch mit dir. Das hat der Kerl da vorne noch gar nicht gehört. Wir waren bereits aus der Hörweite raus. Wie das Ganze mit der Hörweite funktioniert, ist ein kleines bisschen merkwürdig. Meiner Meinung nach. Aber wenn man das raus hat, man kann es hier und da für sich selber einsetzen. Wir nehmen jetzt hier das Kampfmesser mit. Denn ab jetzt macht es schon Sinn, sich hier einen kleinen Vorrat anzulegen. Und das Messer werden wir wahrscheinlich beim nächsten Boss brauchen. Genau, Leon. Tut euch einen Riesengefallen, nehmt hier schon das blaue Kraut mit. Und vergesst auf gar keinen Fall das hochwertige Pulver hier gleich links. Wir kommen hier später nochmal durch, aber dann haben wir nicht den nötigen Platz im Inventar, um die Sachen nochmal mitzunehmen. Also macht das jetzt. Weil das sind Sachen, die wir später nicht missen. Und ihr sicherlich auch nicht. So, durchschrecken wir jetzt auf. Und rennen links an dem Biest vorbei. So kann er uns nicht greifen. Und an die richtige Distanz müsst ihr euch heranfummeln. Wenn ihr zu weit weg steht, taucht das Viech quasi zu früh auf. Ihr kommt nicht mehr rechtzeitig an dem Ding vorbei. Und wenn ihr zu nah dran steht, nockt euch das Ding mit der Animation zurück. Und auch dann habt ihr nicht mehr genügend Zeit, um links vorbeizulaufen. Wenn ihr rechts an den Dingern vorbeilauft, werdet ihr zu 100% gepackt oder das Ding schlägt nach euch. Beides ist nicht erschrebenswert. Hier haben wir noch etwas Schrotenmunition. Und hier haben wir das letzte Vorhängeschloss im Spiel. Die Kombination lautet S, Z und F. Da haben wir nochmal Magnumunition. Und ab geht's. So, für die nächste Stelle sollten wir mindestens acht Schuss für die Shotgun haben. Minimum. Da wir die gerade nicht mitbringen, machen wir uns Munition. Dazu benutzen wir dieses Schießpulver Groß und das Hochwertige. Und jetzt sollten wir auf jeden Fall genügend Munition haben, um den nächsten Abschnitt locker bewältigen zu können. Acht Schuss sind das absolute Minimum und das setzt voraus, dass er nicht ein einziges Mal daneben schießt. Auch wenn ihr Acht Schuss habt, stellt euch die Munition her. Das Hochwertige Pulver werdet ihr später nicht vermissen. Das würde übrig bleiben und es kann immer mal was schief laufen. Und es braucht noch ein bisschen, bis wir speichern. Von daher schießt euch hier nicht ins eigene Bein. Mit Claire würde ich das Ganze ein bisschen anders machen, aber, ähm, ja, wie gesagt, wenn es soweit ist. So, wir haben unser rotes Kraut, wir haben den T-Griff. Nun rüsten wir noch die Shotgun auf. Das gibt gleich noch, äh, eine Schulterschaft und aus irgendwelchen Gründen erhöht der dann die Nachladegeschwindigkeit, was an sich überhaupt keinen Sinn macht, aber, ähm, zu dem Upgrade an sich sage ich nicht nein. Die Kombination lautet zwei, zwölf und acht. Da haben wir das olle Ding. Wir verbauen's. Und ja, das Ganze steht hier nochmal am Tresor dran. Ist nicht weiter wild. Geht hier langsam durch, versucht nach Möglichkeit nicht mit dem Fuß von dem Zombie zu kollidieren und dann könnt ihr euch hier das Kraut schnappen, ohne dass er aufwacht. Obwohl, wenn er aufwacht, dann könnt ihr ihn auch gleich mit einer Kaliber 12 Ladung wieder schlafen legen. Und hier gehen wir jetzt langsam voran. Somit hört uns der Zombie gar nicht. Und die Rübe ist weg. Das Gleiche machen wir jetzt auch mit ihm. Und die pusten wir auch weg. Mit dem Upgrade, die wir jetzt haben, haben wir eine etwas höhere Reichweite für die tödlichen Kopfschüsse. Von daher müssen wir jetzt nicht mehr ganz so nah an die Viecher ran, aber ich würde nach wie vor die Dinger lieber erst auf den Boden schicken. Hier habe ich das jetzt nicht gemacht, weil wir ansonsten gleich Platzprobleme kriegen. Aber drauf geschissen. Wir machen jetzt zuerst die etwas krassere Stelle hier. Dafür ist es wichtig, dass wir diese Dreierkombination bereits mitbringen. Ohne die läuft nichts. Aber wenn wir die dabei haben, wird dieser Abschnitt hier ein Kinderspiel. So, ab nach unten. Und wir werden uns unterwegs noch eine weitere Kräuterkombi fertig machen. dazu sammeln wir hier das grüne Kraut ein. Und der Typ würde später aufwachen. Wollen wir nicht. Deshalb musste die Birne dran glauben. Aber das hier könnte jetzt lustig werden. Er ist aufgeschreckt. Wir laufen an ihm vorbei. Er greift ins Leere. Wir gehen weiter. Und von dem lassen wir uns auf jeden Fall packen. Versucht gar nicht erst an dem Vieh vorbeizulaufen. Denn im schlimmsten Falle kriegt er erstmal einen auf den Deckel. Dann werdet ihr nochmal gepackt. Konnt in der Zwischenzeit noch nicht mal zum Heilen. Und dann kann euch dieser Vergiftungsangriff durchaus töten. Wir haben ihn gerade einen Tritt verpasst. Das heißt, er ist für eine Weile gestunnt. Wir kurieren sofort die Vergiftung hier. Ansonsten ist Leon nur am Husten und wir haben keine Kontrolle über den Kerl. Und nun können wir auch rechts an ihm vorbei. Haltet euch hier links. Lustet dem Kerl den Schädel weg. Bleibt in Bewegung. Und alles ist in Ordnung. Das sieht hektisch aus, aber glaubt mir, das ist an sich gar nicht mal so schwer. Da haben wir unser rotes Kraut. Das kombinieren wir. Und da vorne haben wir auch gleich ein blaues. Hier haben wir die Dame. Die kassieren wir ein. Und bevor wir das blaue Kraut nehmen, pusten wir dem Kerl hier den Schädel weg. Hier gibt es insgesamt drei Zombies, die im A-Szenario nicht auftauchen. Und die können ein... Ne, Quatsch. Zwei Zombies. Oder? Oder waren es drei? Es gibt hier ein paar Zombies, die auftauchen. Das machen sie im A-Szenario nicht und die könnten dann nerven. Der eben gehörte mit dazu. Und dir schießen wir den Schädel weg, bevor du irgendwas machst. Oh, hier brauchen wir den König. Und den Heini hier oben am Geländer. Den könnt ihr nur mit einem Schuss runterschießen, wenn ihr die Shotgun vorher upgradet. Ansonsten habt ihr nicht die nötige Reichweite und braucht zwei Schuss. Den König verbauen wir jetzt hier. Holt uns den Flammenwerfer. Mit dem werden wir auch noch jede Menge Spaß haben. Und ganz ehrlich, wer auch immer diese Tür hier eingebaut hat, hat keine Seele. Was stellt euch vor? Ihr kommt hier an, ihr holt euch den Flammenwerfer, denkt ihr, yay, geile Sache. Ihr haut mit dem Ding ab und stellt dann fest, dass ihr die Schachfigur noch braucht. Und ihr müsst noch mal an diesen Riesenviechern vorbei. Also zweimal im Prinzip. Das ist ziemlich gemein. Die Dame ist wieder da, wo wir sie ursprünglich herhaben. Jetzt setzen wir hier den König ein. Somit können wir hier die Dame wieder mitnehmen. Und an den König kommen wir jetzt auch noch ran. Wir nehmen alles mit. Gut. Zeit für Runde 2 mit den Riesenbabys. Wenn ihr hier gleich zur Tür rausgeht, macht Krach. Also rennt durch die Tür durch, schmeißt sie auf. Denn wenn das Viech hier steht, kriegt es euch sofort mit. Kommt auf euch zu. Und wenn ihr hier im Moment wartet, wird er gleich abtauchen. Wenn er anfängt mit dem Kopf zu wackeln und so weiter, dann taucht er ab. Und ihr könnt hier weiter. Ich renne jetzt hier durch. Wenn vor mir gleich ein Viech auftaucht, lasse ich mich noch mal packen. Verpasst ihn einen Tritt und lauft dann an ihm vorbei. Wir nehmen weniger Schaden. Und solange der Buff läuft, können wir auch nicht vergiftet werden. Da kommt uns jetzt noch einer entgegen. Dazu springen wir hier nochmal an das Ufer. Springen wir da rein, sobald er irgendetwas gemacht hat. Da ist es egal, was er macht. Ihr könnt dann sofort wieder ins Wasser rein, an ihm vorbeilaufen. Und an dem könnt ihr auch auf jeden Fall rechts vorbei. Auch ohne Stun. Das ist aber auch wirklich die einzige Ausnahme. Ansonsten grundsätzlich immer links. Alles andere wird euch nur unnötig Kopfschmerzen bereiten. Und wie ihr seht, wir hatten keine wirklichen Probleme, dass ich jetzt einmal gepackt wurde. Das war Absicht. Nun schnappen wir uns hier noch die Handgranate. Und wir sollten jetzt auf jeden Fall noch einen weiteren Platz haben. Den brauchen wir gleich für den König. König sagt schon, für den Turm. Hier hätten wir jetzt keinen Platz mehr für das hochwertige Pulver oder für das blaue Blau. Und natürlich halten wir uns hier links. Somit kann uns das Riesenbaby gar nicht erreichen. Und wir machen hier ganz bequem den Weg auf. Und haben an sich auch hier keinen Stress. Da haben wir noch ein bisschen Schrott-Munition. Die laden wir nach. Wäre jetzt noch irgendwas übrig, auch nachdem ich dem nächsten Zombie die Birne weggeschossen habe, würde ich die Munition wegschmeißen, damit ich hier nicht öfter durch muss, als unbedingt erforderlich. Wir nehmen den König mit. Das große Pulver da vorne interessiert nicht. Zum Polizeirevier gehen wir auch nicht zurück. Von daher sollten wir auch auf gar keinen Fall hier den Film mitnehmen. Weil ansonsten müllt der so lange unser Inventar zu, bis wir ihn entweder entwickeln oder ihn zumindest in eine Truhe packen. Und hier werden wir jetzt noch mal warten, bis das Ding abtaucht. Und gelegentlich passiert es, dass die Viecher direkt hinter euch dann wieder auftauchen. Da braucht ihr euch aber keine Sorgen zu machen. Ihr werdet zwar von der Animation erfasst, aber genau in die Richtung geschubst, in die ihr ohnehin wollt. Und ihr nehmt da keinen Schaden von. Ich würde mal behaupten, wir sind hier mit dem Wesentlichen fertig. Nun bleibt nur unser Schachfiguren-Rätsel. Und der zweite Boss und wir haben die Kanalisation abgeschlossen. Läuft. Wir werden jetzt erstmal die Shotgun und den Flammenwerfer verstauen. Den Griff brauchen wir auch nicht und die Handgranate ebenso wenig. Auch die Kräutermischung kann weg. Aber diese drei Schachfiguren, die lassen wir jetzt im Inventar drin. Und wir nehmen hier noch den Läufer raus und schnappen uns den Springer. Solltet ihr euch mit den Schachfiguren so nicht auskennen, untersucht die Teile und das Spiel zeigt euch die entsprechenden Namen der Figuren an. Auf der Türseite lautet die Lösung von links nach rechts. Dame. Läufer. und König. Auf der Trunenseite lautet die Lösung von links nach rechts Sprenger. Turm. Und Bauer. Der Bauer ist in allen Szenarien immer richtig platziert. Den braucht er hier nicht zu entfernen. Das wäre Blödsinn. So, jetzt schnappen wir uns unsere Magnum. Noch ein bisschen Munition und wir nehmen die beiden Pulver mit. Ich mache aber erst dann Magnum Munition aus den Dingern. Wenn uns unsere Munition ausgeht. Wir kriegen gleich unterwegs noch mehr davon. Ansonsten schnappen wir uns noch ein Messer. Dann nehmen wir das Heile mit, das wir vorhin aufgesammelt haben. Und wir nehmen noch eine Heilung. Wir kriegen gleich unterwegs eine Dreierkombi und ich meine in der Boss Arena liegt noch ein Erste-Hilfe-Spray. Wir werden jetzt auch speichern und wir gucken vorher auf die Zeit. Wow. Eine Stunde acht Minuten. Auf die Sekunde genau. Wir liegen verdammt gut in der Zeit. Ihr solltet mit der Kanalisation fertig sein, wenn ihr bei einer Stunde zwanzig angekommen seid. Somit habt ihr dann noch 40 Minuten für das Umbrella-Labor. So viel Zeit braucht er an sich gar nicht. Wenn ihr aber nur eine halbe Stunde noch übrig habt, wird das super fucking knapp. Und dann dürft ihr euch absolut keinen Patzer mehr erlauben. So wie es aussieht, werden wir gleich bei ungefähr einer Stunde fünfzehn sein, wenn wir das Nest erreichen. Und ich denke mal, das ist absolut ausreichend für uns. So, wir werden jetzt speichern und das machen wir auf einen separaten Spielstand. Sollte jetzt irgendetwas noch schieflaufen und wir bemerken, dass wir am besten Rollback machen, haben wir diese Möglichkeit noch. Das Farbband hier werfen wir weg. Und weiter geht's. Da haben wir das blaue Kraut. Da haben wir ein grünes. Und wir kriegen gleich da vorne noch ein rotes. Wenn wir gleich einen auf den Deckel kriegen, fangen wir erst einmal mit dieser Kräuterkombi an und benutzen erst dann die ersten Hilfesprays, ansonsten verpuffen die an den nächsten Angriffen. Die Lösung hier lautet runter, hoch, hoch, hoch. Der Strom ist wieder hergestellt. Und wir triggern den nächsten Boss. Natürlich könnte ich hier Zeit sparen, indem ich jetzt im richtigen Timing eine Granate schmeiße, die Klaue hier mit draufkriege und Birkin kommt sofort hier runter. Aber die Handgranaten will ich mir für den Super Tyrant aufheben, weil da sind sie wesentlich besser investiert. Und die Zeit haben wir. Von daher warten wir hier an dem Ventilator. Hier kann er uns nicht treffen. Und wir sitzen diese Passage aus. Gleich, wenn er am Rollladen steht, stellen wir uns vor dem. Und ich denke mal, das können wir gleich machen. Ja. Wir stellen uns so vor. Und sobald der Rollladen aus dem Weg ist, hauen wir links ab. Later, Loser. Es kann sein, dass wir gleich auf den Deckel kriegen. Das ist an sich total random. Ihr könnt hier noch so schnell durchrennen. Wenn dem Boss gerade danach ist, wird er euch noch einen mitgeben, während ihr versucht, hier runter zu springen. Aber mit ein bisschen Glück kommt ihr hier rechtzeitig weg und nehmt keinen Schaden. So. Der Kran ist aktiviert. Hier haben wir noch ein Kampfmesser. Und hier haben wir einen Flashbang. Wir schießen wieder auf sein Auge. So, wie wir es beim ersten Mal schon gemacht haben. Nach vier, fünf Treffern sollte er zu Boden gehen. Ab da bearbeiten wir ihn mit dem Messer und stellen sicher, dass wir so genügend Schaden machen. Denn ich will ihm nach dem dritten Zusammenbrechen mit dem Kran hier raus buxieren. Wenn er aufsteht, nehmt Abstand, ladet nach und wartet auf eine günstige Gelegenheit zum Angriff. Wenn er uns packt, müssen wir ein Messer opfern. Ansonsten schmeißt er uns gleich aus der Arena. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen bitter, aber dafür haben wir ein weiteres Messer mitgebracht. Und er sollte jetzt eigentlich mal wieder zu Boden gehen hier. Blöde Drecksau. Kenn deinen Platz. So ist brav. Wir decken ihn ordentlich mit Heben ein und wenn er jetzt aufsteht, schnappen uns hier die Magnum Munition und ich habe das Gefühl, das wird so nicht reichen. Das sieht besser aus. Ladet nach und versucht nach Möglichkeit, Böcken so zu parken, dass wir gleich ohne Probleme mit dem Kran dran kriegen, ohne dass uns gefährlich werden kann. Denn wenn er gleich richtig viel Schaden genommen hat, kann es sein, dass er sofort aufsteht und auf uns zu rennt, ohne dass er vorher am Posen ist. Ich werde jetzt diesen Flashbang zur Not opfern. Das heißt, wenn er aufsteht, ich schmeiße das Ding. Es ist scheißegal, ob er jetzt noch irgendwas machen würde, auch nicht. So kriegen wir ihn drauf und wir sind dem Bastard los. Und ich hätte schwören können, dass er eigentlich noch ein Erste-Hilfe-Spray hätte liegen müssen. Ist nicht weiter schlimm. Haben wir jetzt so oder so nicht gebraucht. So, weiter im Text. Wir holen jetzt Ada raus und dann sind wir hier mit der Kanalisation fertig. Wir werden jetzt nicht auf Ada warten. Die ist zwar ordentlich angeschlagen und ein Gentleman würde sie vielleicht sogar noch bis zur Seilbahn rübertragen, aber nicht beim ersten Date. Spaß beiseite. Wenn wir jetzt vorlaufen und die Seilbahn zuerst erreichen, wird sie so oder so direkt zu uns rüber teleportiert. Von daher können wir hier ein kleines bisschen Zeit sparen. Gut. Da wären wir. Das überspringen wir. Und da wir heute so oder so nicht noch mal irgendwo hin zurückkehren oder so, spare ich mir an dieser Stelle die Warnung, dass das hier ein Point of no return ist. Ich meine, Ada macht das so oder so. Die sagt dann, hey, wir können nicht noch mal zurück. Ist in Ordnung. Weiß nicht, woher sie weiß, dass die Seilbahn danach kaputt geht. Vielleicht ist es weibliche Intuition. Wir haben jetzt von ihr das Bändchen gekriegt. Und wir gucken mal ganz kurz auf die Zeit. Wir sind noch vor einer Stunde 15 Minuten hier angekommen. Boah, das könnte mal eine Bestzeit werden, wenn das so weiter geht. Hashtag Not a Speedrun. Ich bin kein Speedrunner oder so, aber ich finde das gerade total geil, dass es so aufgeht. Es hat was. Und wenn ich jetzt immer wieder mal Sachen auslasse und jede Menge Zeit spare, die Zeit, die ich spare, die könnt ihr dann in eurem Playtime natürlich so nutzen, wie ihr wollt. Für den S-Plus-Rang kommt es nur darauf an, das Zeitle mit einzuhalten. Wie weit ihr das Ganze unterbietet. Das ist eine ganz andere Geschichte. Wir nehmen hier die Schrot-Munition mit. Und wir werden uns jetzt erstmal von der Magnum verabschieden. Die brauchen wir jetzt für eine Weile nicht mehr. Dafür nehmen wir jetzt die Shotgun mit. Munition für das Teil haben wir gar nicht. Ist nicht weiter schlimm. Wir packen jetzt alles raus, bis auf die Shotgun, die Munition und das Bändchen. Nun müssen wir das Bändchen upgraden. Das heißt, wir brauchen diesen Chip von dem Umbrella Forscher in dem Nap Room und der Weg führt durch die Cafeteria. Nehmt hier die Handgranate mit und auch den Treibstoff in den Flammenwerfer. Den brauchen wir für den nächsten Boss. Ignoriert die Gegner hier. Wenn ihr euch ordentlich ranhaltet, könnt ihr so durchlaufen. Als nächstes. Folgen wir einfach hier den Lüftungsschacht, der mal wirklich sehr luxuriös groß ausgefallen ist. Wir gar nicht wissen, wie groß die Ratten hier sind. Und wir nehmen hier nur das Messer mit und zücken hier die Shotgun. Was kann sein, dass hier direkt der Zombie auftaucht? Ja, ich sehe dich. Ich sehe dich. Komm her, komm her, komm her. Komm her. Ähm, ernsthaft, Digga? Der hat jetzt eine komische Laune gehabt. Und auch auf die Gefahr hin, dass ihr schon längst wisst. Schießt bei dem Typen auf die Birne. Alles andere bringt nichts, weil der trägt eine Ganzkörperrüstung. So, hier haben wir einen ganz wichtigen Gegenstand. Hier haben wir das Ventil für den Flammenwerfer. Mit dem drosseln wir den Treibstoffverbrauch. Und da haben wir jetzt unser Upgrade. Gut. Nun können wir alle blauen Türen öffnen. Die Türen öffnen sich, wenn wir in der generellen Nähe sind. Von daher meiden wir jetzt die Tür zur Cafeteria. Ansonsten werden wir gleich von zwei bis drei Zombies angefallen. Und das wäre jetzt ziemlich ätzend. Wir haben gerade einen ziemlich geilen Run. Den müssen wir nicht versauen. Dr. Lee, your presence is urgently requested by Chief Archer in the Eastville. Und wenn wir einen kleinen Blick nach rechts riskieren, sehen wir hier den Modulator. Den kriegen wir im B-Szenario direkt hier am Anfang. Und mit dem gehen wir nochmal zurück. Wir werden jetzt nochmal unser Inventar um zwei weitere Felder erweitern. Das kann man machen, muss man nicht. Ist aber definitiv hilfreich. Je mehr Platz wir haben, umso mehr Heilung können wir später in den Kampf mit dem Super Tyrant mitnehmen. Und passt auch, wenn ihr den Modulator dabei habt, ist das auch der Trigger, damit hier ein weiterer Zombie auftauchen kann. Wenn ihr Glück habt, taucht hier kein Zombie auf. Das ist mal so und mal so. So, das Ding hier stellen wir jetzt auf OSS. Und das mache ich nach wie vor nach gut dünken. Wirklich aus dem Gefühl heraus. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt am besten erklären soll. Aber ich denke mal, das geht vielen so. Da haben wir unsere Tasche. Größer wird sie nicht mehr und wir hauen ab. Auch hier achten wir wieder darauf, dass wir nicht zu nah an die Tür gehen. Bleibt neben den orangenen Streifen. Das reicht vollkommen aus. Jo, die haben sich da schon versammelt. Stehen da so Fresh Meat, Fresh Meat, Fresh Meat. Ist nicht. die sind fett genug. So, nun dürfen wir ins Gewächshaus. Die Stelle kann richtig garstig werden. Vor allem, da wir die Ivys nur stunnen und nicht töten. Aber auch da gibt es den einen oder anderen Trick und ein paar Sachen, die man auf jeden Fall wissen sollte. aber erst mal fahren wir hier die Brücke aus und latschen in die East Area. Aber auch der Abschnitt ist an sich super kurz. Also wenn ich sage, 30 Minuten reichen aus, um das Labor an sich zum Abschluss zu bringen. Das ist wahrscheinlich sogar noch untertrieben. Je nachdem, ob man was auslässt oder auch nicht. Wir schmeißen jetzt den Treibstoff raus. Ebenso das Upgrade. Das heißt, nee, Quatsch. Das nehmen wir wieder mit und ich werde jetzt auch eben den Flammenwerfer upgraden. Denn ich kenne mich. Ich vergesse das später. Und dann wird es peinlich, wenn mir dann zu schnell die Munition ausgeht. Die Handgranate kommt weg. Wir brauchen aber auf jeden Fall unseren Modulator, das Bändchen, unsere Waffe, die Munition und wir nehmen jetzt noch unser schwächstes Messer mit. Weiter im Text. Nun wird es interessant. Denn die Ivys, die wir hier antreffen, haben Instakill-Angriffe und auch wirklich nur die. Von daher ist es wichtig, dass wir zumindest ein Messer dabei haben, denn dann können wir uns noch aus deren Angriffen befreien. Nehmt hier das hochwertige Pulver mit und rennt einfach durch. Die Viecher brauchen eine Weile, bis sie aufgestanden sind. Das ist genauso wie mit den Zombies. Solange sie noch aufstehen, passiert nichts. Den Flashbang hier nehmen wir mit. Und stellt euch das Ganze jetzt bitte so vor, wie den Nummernblock auf eurer Tastatur. Also das hier ist die 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der erste Code lautet 5, 2, 9, 7. Code Nummer 2 lautet 8, 0, 4, 2. Somit sind alle Türen geöffnet und wir schnappen uns hier unsere Verteilerkartusche. Ja, an das Ding habe ich noch ganz tolle Erinnerungen. Im Arsenario habe ich das Ding in der Truhe liegen lassen und musste dann nochmal eine extra Runde bei den Lickern drehen. Ich hoffe mal, das bleibt mir heute erspart. Wir schnappen uns hier das rote Kraut und den Ivy da vorne können wir erst noch ignorieren. Es kann aber sein, dass wir uns gleich auf die Pelle rückt, wenn wir rauskommen. Wir machen jetzt nochmal Schrotenmunition. Aber auch nur noch dieses Mal. Denn jetzt haben wir 8 plus 9 Schuss und wir kriegen gleich auch noch Munition unten. Alle weiteren hochwertigen Pulver will ich mir für Mackenmunition aufheben. Wir schnappen uns hier die Handgranate und wir werden jetzt auch hier dieses Puzzle langsam und vorsichtig behandeln. Mitte, links. Rechts, Mitte, links. Rechts, Mitte, links. Wenn ihr das hier versaut, dauert es eine Ewigkeit, bis ihr das hier gelöst bekommt und da kann euer Vorsprung drauf gehen, da kann das letzte bisschen an Zeit drauf gehen, das ihr noch habt, um den S-Plus-Rang zu erreichen. Ist mir schon passiert, ist super bitter, muss man sich nicht weiter darüber unterhalten. Wir haben unsere Lösung und wenn wir hier jetzt rausgehen, sperren wir die Lausche auf und wenn wir hier den Ivy hören, kann er uns nicht überraschen. So, er schreit, er ist gestunnt, wir hauen ab, hinter uns ist noch einer aufgetaucht und wir werden diese Leiter ganz sicher nicht nochmal benutzen. Ganz blöde Idee. Wir gehen direkt hier weiter. Und hier in einem großen Raum haben wir auch einfach Schrot-Munition und die setzen wir ein, damit wir hier die Zombies loswerden. Ansonsten machen die gleich auf, wenn wir hier den Saft wieder anstellen und das Licht angeht. Du willst Urf. Du kriegst Urf. Ach komm. Wie war das so gleich? Es werde Licht. Nun ist auch der Weg zu dem Serverraum offen, aber den werden wir heute auslassen. Wenn ihr unbedingt die Ressourcen haben wollt, holt sie euch. Aber ich renne jetzt hier einfach weiter und haue direkt nach links ab, bevor wir die Licker hier zerfleischen. Das sieht super knapp aus, aber an sich ist das total einfach. Ihr braucht hier nicht zu schleichen. Mir passiert es an der Stelle sowieso alle Nase lang, dass mir die Licker dann doch noch irgendwie einen um die Ohren hauen. Obwohl ich schleiche, ich bleibe stehen. Ich weiß, wie woran es liegt. Das Spiel ist an der Stelle extremst random und borderline unfair, wenn das wirklich darum geht, dass man versucht, das durchzuschleichen und so weiter. Ich meine, es gibt so ein paar Regeln, an die müssen wir uns halten und dann sollten wir in der Lage sein, die Gegner in der Nase herumzuführen. Aber wenn die Viecher dann auf einmal so reagieren, was soll man da machen? Aber wie dem auch sei, wir gehen jetzt langsam hier raus. Sicher ist sicher. Und wir können rennen. Das hört der Zombie hier gleich rechts nebenan. Den ignorieren wir. Der interessiert uns nicht weiter. Wir hören aber hier schon die Ivy Musik. Und da steht einer an der Treppe. Das ist super ungünstig. Stunt den Heini und geht erst dann weiter. Der Ivy dort ist super gefährlich, weil wenn ihr auf der Treppe gepackt werdet, könnt ihr keine Gegenstände wie Granaten oder Messer benutzen, um euch aus der Attacke zu lösen. Das heißt, der Angriff kommt auf jeden Fall durch. Und Ivys haben nur Insta-Kill-Angriffe. Das heißt, wenn ihr da einfach in den Ivy reinrennt, seid ihr tot und dürft noch mal beim zweiten Boss anfangen. Wir nehmen hier das hochwertige Pulver mit. Hübschen diese Karen auf. Und verschwinden die Lobby. Wir haben jetzt noch einen Platz frei und wir haben noch eine Handgranate. Sehr schön. By the way, den Flashbang brauchen wir wenn, dann gleich für den Tyrant. Flashbangs funktionieren nicht bei Ivys. Die könnt ihr schmeißen, bis der Arzt kommt. Die Ivys sehen das nicht. Die reagieren auch nicht auf Geräusche. Jedenfalls nicht, ähm, insofern, dass sie davon gestunnt werden oder so. Wir stunnen uns hier den Weg frei. Und wenn die Ivys nicht schreien, sind sie nicht gestunnt. Ähm, haltet noch mal drauf. Schießt so lange, bis die Viecher anfangen zu schreien. Erst dann könnt ihr weiterlaufen. Ja, nun liegen die Viecher hier rum und wir haben nur so und so viel Zeit, bis sie aufstehen. Also hier tickt die Zeit oder eher die Uhr. Und ich hasse es, wenn da schon einer liegt. Das, das wird jetzt lustig, Leute. Das kann was werden. Wir bauen das hier zusammen. Wir rüsten die Handgranate aus und jetzt taucht hier ein Tyrant auf. Halt den Sappel. Hier, fangt. Und wir rennen hier sofort durch. Das hier war jetzt super knapp. Der Tyrant hätte uns ganz easy den Weg abschneiden können. Und das wäre eklig geworden. Hier passen wir auf, dass wir nicht in irgendwelche Ivys reinrennen. den es dann wir den es dann wir und wir hauen ab. Wenn es eine Stelle gibt, die euch den gesamten Run versauen kann, dann ist es die hier. Weil hier könnt ihr ganz easy drauf gehen, wenn irgendetwas schief läuft. Aber wenn ihr da die Handgranate einsetzt, könnt ihr zumindest aus dem Bereich mit dem Tyrant ganz easy abhauen. Ansonsten werdet ihr von dem Viech gepackt. der Tyrant hat genügend Zeit, um Zeug aufzuschließen und ihr werdet da buchstäblich zu Tode gegankt. Wer Daxos gespielt hat, weiß, was ich meine. Das macht keinen Spaß. Aber die Handgranate ist da echter Bringer. Schmeißen sie den Viechern vor die Füße. Die ignorieren zwar Flashbangs, aber bei Granaten fliegen sie in der Gegend rum. Apropos Granate. Hier haben wir noch eine. Und du willst die Frequenz AWS, also stellen wir das eben ein. AWS klingt wie eine scheiß Versicherung oder irgend so ein Verein. Das olle Teil können wir jetzt endlich wegschmeißen. Und gleich haben wir so einen richtigen Bossfight Gauntlet vor uns. Ein Boss hier, Super Tyrant und dann nochmal der finale Birkenkampf, der im A-Szenario gegen Ende angeteasert wird. Ansicht der reinste Gimmick-Boss, aber es ist ein Bosskampf. Wir haben jetzt noch drei Stück vor uns und deshalb werden wir gleich speichern. Vorher holen wir uns aber hier die Virusprobe. Das Pulver hier interessiert mich, aber das hier will ich haben. Und wir schnappen uns das rote Kraut. Wir werden uns jetzt auch sofort buffen. Und den nächsten Boss machen wir heute ein bisschen anders. Erstmal packen wir alles weg bis auf das Bändchen und wir holen unsere Pulver raus und machen daraus Magnum-Munition. Soviel zum Thema, wir machen uns Magnum-Munition. Mehr geht gar nicht. Ist nicht schlimm. Wir nehmen unsere Magnum raus. Wir haben insgesamt zehn Schuss. Das sollte zur Not noch reichen. Das meiste machen wir heute mit dem Flammenwerfer. Für den haben wir jetzt auch richtig viel Munition. Wir kriegen gleich noch mehr davon. Und wir sollten noch bei diesem Kampf auf jeden Fall ein Kampfmesser mitbringen. Es ist egal, in welchem Zustand das Ding ist. Es kann sein, dass uns das Biest anspringt und dann sollten wir uns auf jeden Fall noch befreien können. Und den Rest können wir nach Belieben mit Heilung voll machen. Dann nehmen wir jetzt noch zwei Ersthilfe-Sprays und das sollte locker ausreichen. Wir gucken noch mal auf die Uhr. Wir haben eine halbe Stunde Zeit, um den Rest hier zu Ende zu bringen. und wenn alles gut geht, reichen 15 Minuten. Da haben wir ein Farbband. Wir speichern das Ganze. Ignorieren dabei, dass die Familie von Sherry total fertig auf dem Bild aussieht. Und wir wechseln sofort zum Flammenwerfer. Im A-Szenario habe ich den Fehler gemacht, hier eine Strategie anzuwenden, die Präzision voraussetzt. Und die konnte ich nicht bringen. Und deshalb hatte ich hier richtig viele Probleme. Deshalb machen wir das jetzt anders. Erst einmal warten wir darauf, dass er pauscht. Wenn ihr einfach so auf dem Los rennt, kann es sein, dass er das überspringt und sofort auf euch eindrischt. Wir nehmen hier noch etwas Munition mit. Jetzt haben wir 800 Ladung insgesamt. Und wir rennen erst einmal an dem Dicken vorbei und halten mit einem Flammenwerfer auf ihn drauf. Bleibt immer auf mittlere Distanz. Und wenn er ausrollt, könnt ihr links an ihm vorbeilaufen. Hin und wieder springt er nach hinten. Und wenn euch das Ganze zu unsicher ist, lauft erst einmal an ihm vorbei. Ansonsten halten wir fleißig drauf. Er wird einmal herumlaufen, sich ausrichten und dann geht er zum Angriff über. Wenn man das weiß, kann man sich das Ganze hier wesentlich leichter machen. Und sobald er anfängt, irgendwas rauszureißen, gehen wir in Deckung und kommen raus, wenn die Luft wieder rein ist. Wenn wir zu weit wegstehen, wird er versuchen, uns anzuspringen. Und das wäre dann auch sein Instackel-Angriff. Wir halten weiter drauf. Er geht in Phase 2 über. Wir machen jetzt das Gleiche wie vorher auch. Nee, Freundin, das kannst du heute knicken. Das kannst du sowas von knicken. Okay, er greift wieder nach etwas. Das heißt, wir gehen in Deckung. Und mit dem Flambeer vertrefft ihr wirklich alles von ihm. Das heißt, ihr habt da keine weiteren Probleme. So, bist du jetzt schon in Phase 3 übergegangen? Ja, er ist in Phase 3 übergegangen. Habe ich jetzt total unterschätzt, dass er Schaden über Zeit nimmt. Und jetzt stelle ich mich genau dahin, wo ich eigentlich nicht stehen sollte. Habe dabei jetzt auch noch die Gelegenheit verpasst, ihn ordentlich weiter mit Schaden einzudecken. Aber das ist an sich nicht weiter schlimm. Ab jetzt nehmen wir die Magnum. Präzision ist egal. Der hat kaum noch HP. Das ist ein Instakill-Angriff. Da stand er aber zu weit dran. Und der Boss ist platt. Hätte ich mich jetzt gerade nicht so blöde hingestellt, hätten wir noch weiter einseifen können. Das ist aber halb so wild. Wir nehmen uns jetzt noch die Flashbanks und die Handgranate. Bei Bedarf kann man sich auch noch das erste Hilfespray holen. Aber ich würde mal sagen, das hier lief jetzt ungemein besser als das, was ich im Asenario gezeigt habe. Und im Wesentlichen könnt ihr den Boss im Asenario genauso angehen. Zum Schluss macht ihr den Rest mit der Magnum, wenn euch die Munition für den Flammenwerfer ausgeht. Moment, da war noch das erste Hilfespray. Kriegen wir schon gar nicht mehr mit. Moment, wir laden die Magnum nach. Warum was Gutes zurücklassen? Obwohl, wir kommen gleich sowieso nochmal an einem erste Hilfespray und einem Messer vorbei. Es ist an sich egal. Aber ich bin im Moment gierig. So. Wir haben alles von Interesse und diese zwei Flashbangs, die ihr hier kriegt, könnt ihr auch einsetzen, um den Boss kurz ruhig zu stellen, falls ihr Probleme habt, ihn mit der Magnum zu treffen. Die Magnum braucht eine ganze Weile, bis sie fokussiert. Und wenn ihr einfach so auf gut Glück schießt, kann es sein, dass ihr sogar so ein Riesenviech verfehlt. Aber ihr solltet euch nach Möglichkeit ein paar Flashbangs für den Super Tyrant aufheben. So, Ada ist weg. Und die Uhr läuft. Ich würde mal sagen, wir haben es so gut wie hinter uns. Nach Möglichkeit solltet ihr jetzt noch etwas Munition für die Shotgun haben. Denn wir müssen gleich noch an zwei Ivys vorbei. Die müssen wir stunnen. Aber ich denke mal, die Munition hat man hier am Ende. Wenn man sich zwischendrin Munition selber herstellt, hier und da welche findet, da sollte man keine Engpässe haben. Es sei denn, man hat jetzt wirklich einen ganz bescheidenen Run erwischt. Kann auch passieren. Als ich zuletzt meinen Claire Run, den ich bald zeigen werde, trainiert habe, hatte ich so einen beschissenen Run und ich bin trotzdem noch rechtzeitig durch das Spiel durchgekommen. Ich habe keine Ahnung, wie ich es angestellt habe, aber ich habe so hirntot gespielt, ich hätte es eigentlich nicht schaffen dürfen. Aber es kann auch anders laufen. Das Wändchen brauchen wir nicht mehr. Den Flammenwerfer auch nicht. Die Magnum kommt weg. Ein Messer sollten wir dabei haben. Die packen wir beiseite. Und wir holen uns unsere Shotgun. Die ist einmal komplett geladen. Wir haben noch eine Kugel übrig. Ob die fucking du. Und wenn ihr euch richtig unsicher fühlt oder einfach nur mal sicher gehen wollt, nehmt ihr noch ein paar Messer mit. Aber brauchen werden wir sie wahrscheinlich nicht. Ebenso wenig die Kräuter, die wir jetzt noch unterwegs finden, die werde ich jetzt auslassen. Ich denke mal, wir haben mehr als genügend Heilung in der Truhe. Ich habe noch nicht mal wirklich angefangen die ganzen Sachen zusammen zu mischen. Und wir rennen hier durch. Stundee Kücher. Bye. Das Ding lassen wir zurück. Und wenn wir jetzt hier runter klettern passen wir auf, dass wir nicht mit der Kamera herum albern, sonst kann es sein, dass wir von der Leiter nicht weg kommen. Dann spinnt das Spiel gerne mal rum. Und locken wir einmal rum. Gehen hier durch. Den Zombie können wir ignorieren. Der steht gerade erst noch auf. Und wir sind weg. Gut. Bereiten wir uns auf den Super Tyrant vor. Dazu schmeißen wir jetzt alles raus. Und gucken was sollen Granaten dabei haben. Wenn ihr bisher die Handgranaten ordentlich aufgespart habt, solltet ihr zu diesem Zeitpunkt mindestens neun Stück haben. Zudem haben wir jetzt auch noch drei Flashbanks. Das ist unsere Munition für den Kampf. Oder eher unsere Bewaffnung. Jetzt holen wir uns noch unsere Kräuter und wir gucken was wir hier anruhieren können. Und wir werden auch eine dieser Kräutermischung benutzen, wenn wir gehen gebufft in diesen Kampf rein. So nehmen wir weniger Schaden und das ist sowieso eine Durchhalte Runde. Wer Timeout Cards. Ich hasse diese Dinger. Aber die sind eine recht treffende Analogie. Jede Menge Granaten, ein paar Flashbanks, sehr viel Heilung und zwei Felder müssen wir freilassen, damit wir diesen Doppelstecker mitnehmen können. Somit stellen wir auch sicher, dass wir gleich den Raketenwerfer aufnehmen können. Also es ist durchaus sinnvoll sich dieses Upgrade für das Inventar noch zu holen. Das sind zwei weitere und die werden wir jetzt auch brauchen, denn im Prinzip ist das hier genauso, als hätten wir eine Sauftour mit unserem besten Kumpel gemacht, der schleppt uns in irgendeine Zwielichte Bar und die hat Käfig Kämpfe. Unser Kumpel meldet uns an und sagt auch noch mein Digga hier, der macht euren Champion zu Brei. Findet der Champion nicht lustig, findet der Besitzer nicht lustig, findet uns rausholt. Klingt so ein bisschen nach einem Adam Sadler Movie, aber im Prinzip ist es genau das. Wir müssen hier so lange durchhalten, bis Ada uns den Raketenwerfer zuschmeißt. Wir laufen erstmal nur weg. Das ist wesentlich sicherer. Wir brauchen hier auch keine Munition zu verschwenden oder so. Und sobald hier Geröllbrocken runterfallen, also die dicken Dinger, holen wir die Granaten raus. Weil der Tyrant kann die Dinger gegen uns einsetzen, indem er sie quasi wie eine Schrotladung auf uns zuschmeißt. Und ab jetzt fängt er auch an, seinen Instacill-Angriff zu benutzen. Und wenn wir Pech haben, können wir wegen diesen Geröllbrocken nicht den nötigen Abstand aufbauen, um den Angriff zu entgehen. Wir können die Handgranaten jetzt auch schmeißen, um den Tyrant immer wieder in Stolpern zu bringen. Dann kann er für den Moment gar nichts machen. Und die einzige Attacke, die ihr nicht abbrechen könnt von ihm, ist sein Sprungangriff. Alles andere könnt ihr unterbrechen. Aber eine Handgranate solltet auf jeden Fall aufbewahren. Die brauchen wir gleich noch. Das heißt, eine schmeißen wir jetzt. Und ich hoffe mal, das Ganze wird gleich abgefiffen. Wow. Das war der Sprungangriff. Den kriegen wir natürlich nicht unterbrochen. Wir heilen uns und wir greifen jetzt zu den Flashbanks. Die Flashbanks sind sowieso besser dazu geeignet, unseren Instakill-Angriff abzubrechen. Weil dann ist es egal, ob die Granate hinter ihm explodiert oder auch nicht. Wir lassen ihn kommen. Gehen an ihm vorbei. Nehmen den Raketenwerfer mit. Und halten drauf. Den ersten hat er überlebt. Jetzt will er seinen Instakill-Angriff machen. Naja, viel Spaß. So ohne Torso. Und das war's. Jetzt wechseln wir noch eben zur Handgranate. Denn da kommen jetzt die Leute, die auf den Champion gewettet haben. Die sind sauer. Later. Easy. Und wir hatten noch fünf Minuten über. Nun wird es Zeit für den finalen Boss. Und für den holen wir raus, was wir noch haben. Wir haben noch fünf Schuss in der Magnum. Das sollte an sich genügen. Heilung brauchen wir an sich gar nicht. Wir können jetzt noch die Shotgun mitnehmen. Wir können die M19 mitnehmen mit der Munition, die wir noch haben. Aber in erster Linie brauchen wir zwei Schuss aus dem Ich hab es auch schon mal geschafft alles an Munition bei dem Tyrant zu verballern, weil ich dann geschossen habe wie so absoluter Raketen Legistheniker. Aber ich hab das wie hier immer noch platt gekriegt. Wichtig ist, dass ihr das Ding erstmal an euch rankommen lasst. Wenn ihr jetzt anfangen zu ballern, dann macht ihr nicht genügend Schaden. Erst dann, wenn ihr noch komm, zeig mir dein Auge. Glatze mich an, ich brauch das jetzt. Ich kann nur, wenn du guckst. Nummer eins ist raus. Nummer zwei ist raus. Wir wechseln zur Magnum. Guck schön rein, hier kommt das Lügelchen. Und das war's. Fünf Schuss aus der Magnum waren genug. Und das war das B Szenario. Bin mal gespannt, wie viel Zeit wir noch hatten. Ja. Es ist nicht meine persönliche Bestzeit. Meine Bestzeit ist irgendwo bei einer Stunde 33 Minuten. Aber wenn ich erkläre, brauche ich für einige Sachen sowieso ein bisschen länger. Und ich greifen, Munition mitnehmen oder so, da ist der Fantasie keinerlei Grenzen gesetzt. Das, was ich gemacht habe, ist einfach nur das Minimum und ich hoffe mal, das hilft doch weiter. Wenn dieser Playthrough für euch hilfreich ist oder euch zumindest gut unterhalten hat, lasst mir doch vielleicht einen Like da, vielleicht einen netten Kommentar und wenn ihr auf gar keinen Fall verpassen wollt, wenn der Claire Playthrough rauskommt, abonniert meinen Kanal, es kann ein kleines bisschen dauern, meine Videos kommen dann, wenn sie fertig sind. Ich habe keinen festen Plan oder so, ich will keine falschen Versprechung machen oder so, aber der kommt auf jeden Fall und wenn ihr den Kanal abonniert, dann seht ihr